Ja, im Garten wird gerade das Sommerfest abgebaut, aber es ist nicht das Einzige, wo abgebaut wird. Bei Schmidi wird der Alkohol abgebaut. Ja, und grundsätzlich alle Körperfunktionen werden eingeschränkt. Es wird nur noch das Nötigste überhaupt betrieben, damit der tatsächliche Schmidi so hier juristisch anwesend ist. Denn du warst gestern, ich muss sagen, so eine Art, an dir konnte man sich orientieren. Wenn man keine Uhr hatte, konnte man an dir immer sehen, wie spät es ist. Na, was heißt das denn? Ja, man konnte also ungefähr gucken, wie läuft die Party so. Also, um mal kurz alle hier erstmal begrüßen. Sonst denkt man, das wäre hier Florida TV Intranet, die Show oder so. Naja, ist ja manchmal so. Aber um zu sagen, springt auf den Zug, der gerade schon mal losgefahren ist. Es ist heute, was ist heute, Donnerstag, gestern war Mittwoch. Und da gab es das Florida Sommerfest, das wurde ganz gesittet tagsüber abgehalten. Das fand ich irgendwie eine gute Idee. Und deswegen ist Thomas ja noch in einer Nachsommerfeststimmung, Verfassung sozusagen. Und das möchte ich jetzt mal sagen, damit jetzt die Menschen auch wissen, auf was sie sich vorbereiten können jetzt hier die nächsten... Auch schützend muss man das sagen. Anderthalb Stunden. Für ihn. Ja, dass man jetzt einfach mal erklärt, was hier los ist. Ich war ein heller Stern, der erloschen ist. Ja. Gestern Champagne Supernova und heute, weiß ich nicht. Champagne Problems. Ein Knallteufel. Ja. So, mein lieber Knallteufel. Die Party ging ja schon gut los. Und zwar, vorher gab es ein Frühstück, das war toll. Das war auch schon ein direkter Highlight. Ja. Weil man muss sich erinnern, wir haben ja mittlerweile ein Bürogelände, was sich auch durch einen ganz großen Garten auszeichnet. Es gibt ein Hauptgebäude, da ist die Florida TV drin mit allen TV-Shows, die dort produziert werden. Dann gibt es eine Villa, da sitzt, thront muss man fast sagen, dein feiner Manager, der irgendwann mal mit alten Reisebussen und Clowns-Vermietungen angefangen hat. Herrscht da wie so ein... Und der jetzt, mittlerweile ist der praktisch so, auch so eine Art, irgendwas von dir auch, was da hat. Ja, ein sehr später Wendegewinner. Ja, genau. Und der haust da, dann haben wir so einen kleinen Schuppen, da ist Studio Bummens ganz sympathisch drin. Und da wird so rumgestart und viel Cappuccino getrunken und ab und zu ein Podcast mal aufgezeichnet. Und zwischen all diesen Häusern ist ein riesiger Garten. Und da war herrlich aufgebaut, eine lange Tafel, wie bei so einer feinen Pinterest-Hochzeit sah es aus. Mit sogar mit so einem Konzept, wie man die Teller hinpackt, mit einem Farbkonzept. Und da wurde auf Zitronengelb gesetzt, hat mir sehr gut gefallen. Und da gab es Speisen ab 10 Uhr, da ist mir das Ei aus der Hose gefallen, vor Glück. Und Sekt. Weil ich nichts erwartet habe. Es gab ja Zeiten, also wir arbeiten jetzt ja auch seit fast 15 Jahren zusammen, da war Party, wenn jemand eine warme Flasche Rotkäppchen geköpft hat. Dann hat man gesagt, hier Prost, jetzt ist Party. Und da wurde gestern aber das Gegenteil aufgetaucht. Eine herrliche Butter. Es ging mir viel um die Butter. Das stimmt. Köstliche Butter. Deine Butter. Und toller Käseschmitty. Französischer Käseauswahl. Und da haben wir beim ersten lustigen Sekt erstmal gefrühstückt. Ja, vor allen Dingen hast du, genau, das war nämlich ein Thema. Du hast immer nur wieder dasselbe gesagt, du hast immer gesagt, wo ist mein Butterfass? Ja. Und es war sofort dein, wo das natürlich so alle, wie das ist, auf so großen Tischen, da steht alle fünf Meter dasselbe, damit alle darauf zugefahren. Das habe ich annektiert, das Butterfass. Wo ist meine Butter? Ja. Wir haben ja noch spekuliert, ob du nicht geboren wurdest, sondern aus einem Butterfass gekratzt. Mit so einem Löffel, wie so eine Eiskugel. Muss ich meine Mutter mal fragen. Nein, das war ganz krass. Da muss ich wirklich vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer in solche Situationen überhaupt euch als schön vorstellt, aber in unserem Zusammenhang ist das eine schöne Vorstellung, dass man mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einer langen Tafel im L gesessen hat und überall schräg, links, rechts, nach vorne, nach hinten konnte man witzig plaudern und es war eine herrliche, es war manchmal so eine Stimmung, wie ich mir das in so Ikea-Werbung aus meiner Jugend vorstelle. Alles ist so Mittsommer und das Licht bricht sich und so Prismen entstehen und Leute haben so gedachte Blumenkränze im Haar und es war alles irgendwie so gut gelaunt und wallende Kleider und wallende kurze Hosen und da wurde gegessen und dann wurde aber der eigentliche Jahrmarkt eröffnet durch eine Jahrhundertaktion, Schmidi. Ja, da erspart mir jetzt bitte, dass ich die erzählen muss. Nein, ich erzähle das jetzt. Also dann mussten sich zwei Stunden vorher, wurde das abgebrochen, das Frühstück, dann mussten sich zwei Stunden vorher alle in den Hof stellen, weil da jetzt wohl was passiert gleich. Und man hat gedacht, es ist für Feuerwerk zu früh, es ist ja noch hell, was passiert jetzt? Ja, auf was können wir uns jetzt vorbereiten? Kommt ein Zauberer. Oder ein Hubschrauber. Ja. Man war auf alles gefasst. Ja. Was passiert jetzt? Es kam aber auch was von oben. Es kam was. Und dann auf einmal ging oben an dem, also es ist ja wirklich vier Etagen, das ist richtig hoch. Wie hoch ist das Haus? Tippe 20 Meter, 30. Das Haupthaus, was ich eben beschrieben habe. Genau, also es ist super hoch. Ja. Und auf einmal geht so ein ganz kleines Fenster ganz oben an dem Haus auf und dann sieht man Thomas, der da rausguckt. Ja. Und dann klettert Thomas komplett aus dem ganzen Fenster raus, mit seinem ganzen Körper. Wie Tom Cruise im Mission Impossible. Hat er sich abgeseit von der Hausfassade. Ja. Wir alle haben die Mischung Impossible Musik. Ich habe gehofft, dass ihr das alle in den Kopf kriegt. Das habe ich gehofft. Ja, da will ich jetzt auch keinen Zweifel aufkommen lassen, dass das genau so aussah. Wobei, du bist wie Felix Baumgartner im letzten Rüttel ins sogenannte Trudeln geraten. Ja, Moment. Wir müssen erst mal sagen, was überhaupt passiert ist. Dann hat sich wirklich mit einer Mischung aus Tom Cruise und David Brandt hat sich Thomas. Und ein Sack Mehl. War auch mit drin. Aber es war richtig gut. aus dem Fenster an der Hausfassade abgeseilt. Natürlich gesichert von unserem Stuntman Tom. Ja, der irgendwie auch auf einmal da war. Der war eine Attraktion. Ja, war eine Attraktion. Und dann haben wir ihn so runtergelassen. Genau. Und ganz unten dann auf dem letzten Drittel sozusagen bist du uns so ins Straucheln. Naja, ich habe die Party eröffnet. Das war eine, das war wirklich, ich möchte eine Sache klarstellen. Es war reiner Zufall, dass die Leute da standen. Die hat da niemand hingewiesen. Doch, doch Arne. Nein. Doch. Der hat gesagt, kommt mal hierher. Arne wieder. Versammelt euch mal hier, passiert was. Was tolles. Ich hatte die Idee, also wir hatten diese Attraktion, dass sich, so war unser Gedanke, alle MitarbeiterInnen von Florida können sich von ihrem Bürogebäude abseilen. Ja, nicht immer nur Duell um die Welt produzieren, sondern auch mal selber machen. Nein, wir haben es intern die Welt Experience genannt. Also so, fühl dich mal wie Klaas. Und dann darfst du dich da abseilen. Und dann habe ich drei Minuten vor der Eröffnung unseres Sommerfestes, also dem zweiten Teil nach dem Frühstück, habe ich zu Arne gesagt, ich könnte es ja eigentlich von da oben, ich könnte das Fest von da oben eröffnen. Er fand ja eine gute Idee und dann hat er anscheinend die Leute zusammengetrommelt. Das habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, das wäre noch überraschender. Ja, aber es war auch so überraschend genug. Aber was ich mir wünschen würde, dass das so ein fester Bestandteil für alle folgenden und zukünftigen Feste wird, dass die immer von Thomas Schmidt mit einem Stunt eröffnet werden. Ja, das ist nämlich wie... Weil Weihnachten können wir ihn aus so einer Kanonenkugel so rausschießen oder so. Es ist sowas wie, es ist so, guck mal, wie so Weltmeisterauftritte. Irgendwann am Anfang fängt man noch so damit an und dann irgendwann wird das natürlich so eine ganz perverse Materialschlacht. Genau. Weil man sich dann so reinsteigert, dass man auch irgendwann sehr kreativ und emotiv werden muss, damit man überhaupt noch was Neues findet. Du weißt, dass wir da sehr gefährdet sind. Dass wir beim nächsten Fest schon wieder denken, mit welchem Stunt. Das wird passieren. Ja, das wünsche ich mir. Wie können wir das denn toppen, denkt man sich. Das haben wir jetzt hier gerade manifestiert. Das werde ich auch so, muss ich dir sagen, Schmitti, hinterrücks eintüten, dass ich schon ab September bei den MitarbeiterInnen auf unserer Etage einfach sage, ach, ich bin ja so gespannt, mit welchem Stunt wohl die Weihnachtszeit eröffnet. Das lässt du. Und Schmitti, dass du schon ab Oktober gefragt wirst, und Schmitti, hast du schon deinen Stunt? Das ist schon so ein Ding. Und Schmitti, der ist am Grübeln mit seinem Stunt. Ja, ja, ja. Das wird irgendwann so eine Mischung aus Evil Knievel und Flat Earth Mike, der mit so einer selbstgebauten Rakete sich dann über Brandenburg abschießt, in der Hoffnung, irgendwie hier auf dem Firmengelände in so einen Wasserbastner zu treffen. Ja, das darf nicht ins Auge gehen, Schmitti. Da muss die Sicherheit immer vorwarten. Könntest du praktisch, es gibt doch so welche, ich weiß nicht, wie das genau geht, oder ob das nur in Comicfilmen so ist, aber ich glaube, es gibt Leute, die diese Fähigkeit haben, die in so einem 20er Jahre Herrenbadeanzug von so einem 80 Meter hohen Turm in so ein kleines, aufblasbares Becken hineinkommen und mit irgendeiner Technik geht es wohl. Geht das, ja. Ja, ich glaube, man muss den ultimativen, wie sagt man, Bauchflatscher. Bauchklatscher, wie so eine hohle Halbkugel muss man, ne? Gibt's ja wirklich. Das gibt's ja wirklich, ja. Dann springt man rein. Gibt's. Gibt's das oder gibt's das nur bei Bugs Bunny? Nein, das hab ich gesehen. Das hab ich immer mal bei Exklusiv gesehen vor zehn Jahren. Das ist möglich. Da gibt's wohl jemanden. Und wenn es möglich ist? Kann Schmitti es lernen. Schauen wir mal. Also ich hab gestern gegrölt, aber da hatte ich auch schon eine halbe Pulle Sektro, dass du da für ein Baywatch Berlin Punkt kriegst. Das hab ich im Saal, hab ich das gehört. Weil ich so mitgerissen war von der Aktion. Ja, aber Punkte müssen noch vorher beschlossen werden. Ja, das müssen wir jetzt hier vielleicht noch klären. Das war ja eine Überraschung. Das müssen wir gar nicht klären, du hast den schon ausgesprochen. Ich hab das so reingeschrien. Also das muss ja schon Konsens sein. Und unser Kollege Thomas Martins hatte kurz Angst, ob du ohnmächtig geworden bist. Auf die letzten Meter. Aber warst du gar nicht. Nee, warst du gar nicht. Oh, jetzt ist er ohnmächtig geworden. Da musste ich eine halbe Stunde überdachen. Über die Vorstellung. Aber ich muss sagen, ich hab mit der Vorbereitung nicht so viel, ich hab da nicht so viel von mitgekriegt. Das ging wohl auch, dann musst du ja schnell gehen. Flott ging das. Und ich hab das gar nicht mitbekommen, weil ich ja auch noch im Urlaub war und so weiter. Und dann gab's da richtig viel zu tun. Es war unglaublich. Man geht, also ein ganz fröhlicher Mann, dazu später mehr, hat einen begrüßt. Ja. Auf so eine dutzige Art. Den kannte ich noch nicht. Wie im Privatradio, so ein bisschen, ne? Das war kein Mitarbeiter von uns. Nein, nein, das war irgendwie, der als fröhlicher Mann auch, das war sein Job. Der war als fröhlicher Mann, hat er hier gearbeitet. Ihr müsst sagen, also die Idee dahinter war, dass wir Club Las Floridas in gänzlicher Falschheit eröffnen und so eine Art Beach Bar, also einen Beach Club. Also wir hatten so, wie heißt der Harpe Kerkeling Film? Club Las Piranhas, so ein Ferienclub. Genau, das war so der all-inclusive Ferienclub. Es gab natürlich einen Dancefloor, es gab eine Bull Area, es gab irgendeinen Heini, den habe ich aber nicht gesehen, mit dem man sich in Trance atmen konnte. Genau. Dann konnte man Massagen buchen, dann konnte man sich vom Haus abseilen, dann konnte man auf solchen Surfbrettern, das ist wie dieses Raging Bull, also diese Rodeo-Maschine, aber nur mit Surfbrettern konnte man versuchen, sein Gleichgewicht zu halten. Man konnte mit der Bogenschieß-Weltmeisterin Bogenschießen und ich glaube, die hatte auch noch einen Kollegen dabei, der sah selber ein bisschen aus wie ein Luftgewehr, aber da konnte man ein Luftgewehr schießen. Und was konnte man noch machen? Es gab einen Pool und eine Poolbar. Und es gab natürlich verschiedene Bars und alles in so einem Boho-Style, so wie Bambusstühlchen und Palmen aufgestellt, war sehr schön. Ja. Und Bierpong. Und Bierpong. Das war mein Verhängnis. Ich habe Bierpong kennengelernt. Wie kennengelernt? Ich habe das noch nie gespielt. Ist ja gar nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Ich habe noch nie Bierpong gespielt. Ich wusste keine Regel, ich wusste nichts. Du musst aber ein X und U vormachen hier. Das stimmt. Hat er das schon gemacht? Weiß ich auch nicht. Also das kann doch gar nicht sein. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Wirklich? Ich wusste nur intuitiv, dass ich mich davon fernhalte besser. Ja. Du hast richtig Angst. Nee, weil ich kann nicht so ein warmes Bier dann ... Nee. Und ich ... Nee. Auch nicht, nee. Nee, da war ich oft. Da war ich eigentlich nur. Aber das ist doch schön. Jetzt ist aber wirklich, muss man ja auch mal sagen, dann, wenn das jetzt auch geschehen ist, jetzt ist mal das endgültige Ende der Sommerpause. Das kann man doch jetzt mal sagen. Das war jetzt noch das Sommerfest und jetzt kann man auch sagen, jetzt haben wir nun alles gegeben an Entspannung, an Zerstreuung. Du meinst, jetzt muss es rangeschafft werden wieder? Naja. Geiler Dauner, Alter. Ja, ich möchte es ja nun mal so sagen. Ab morgen. Ab morgen. Du musst jetzt erst mal noch so den Abend aus dem System kriegen praktisch. Naja. Du warst auch gut drauf, Jakob. Und Klaas war auch gut drauf. Ihr habt euch immer gebalgt. Ja, nee, weil es war so, Klaas ist ein bisschen verglüht wie ein Komet, er ist wie ein Donnerschlag erst mal reinkommen, war gut drauf und dann hatte ich kurz den Eindruck, dass seine gute Laune im Sinkmodus ist und dann habe ich gesagt, dass festgestellt, dass Klaas stieselig wird. Ich weiß nicht, ob das so ein Wort ist, was man kennt, aber ich habe einen norddeutschen Vater gehabt und der hat daher, ich glaube, aus dem norddeutschen Sprachraum, dass immer so ein Stiesel ist, dass er so stieselig da rumsteht. Und dann habe ich Klaas mal so entstieselt. Und das ist eine ganz körperliche Geschichte. Da muss man so richtig die Stieseligkeit so rauskitzeln und rausdrücken. Ja, und du hast aber auch wie so ein lieber Riese, hast du so viel zu viel Kraft. Ja, habe ich dich ab zu doll gestieselt. Es gibt auch die Geschichte von Mäusen und Menschen, kennst du das, wo dieser liebe Riese mal aus Versehen die ganzen Tiere umbringt, weil er die so gerne hat. Aber der hat es auch ein bisschen, sagen wir mal, mental, also der ist da ein bisschen, ich glaube, gemindert in den Fähigkeiten. Das ist richtig. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Ich sage nicht, dass du das jetzt bist. Aber in dem Bild wäre ich jetzt praktisch die Maus. Und so hast du mich mit wirklich deinen metergroßen Händen, hast du mich dann so genommen und dann ist man wirklich erstaunt darüber, dass du mit der Kraft eines Max Schmeling hast du mich so entstieselt. Ja, hast du mich entstieselt. Ich habe dich auch zwischendurch, das weiß ich auch nicht mehr warum, getragen. Genau. Ja. Ich habe dich hochgefahren, habe ich dich genommen. Ja. Wie einst Chris Naum und Sabine oder andersrum. Ja, genau. Bei Sabine war das anders. Sabine war natürlich auch da. Das kann man mal kurz erklären. Das war nämlich wirklich ein Wunder. Und ich bin ja empfänglich für wundersame Dinge, die passieren auf der Welt. Und das, da war ich nun live dabei. Und das war wirklich so, als wenn da jemand so, man hört ja immer mal wieder von Wunderheilern, die die Hand auflegen und auf einmal gehen die Schmerzen weg oder Lahme können wieder gehen und Blinde können wieder sehen und so weiter. Aber zur Verortung, das ist praktisch Jahre vor der Party passiert. Jahre vor der Party, Chris Naum war nicht da, aber Sabine hatte Zeit ihres Lebens Rückenprobleme. Ganz starke Rückenprobleme. Und sie hatte irgendwann mal den bizarren Wunsch in sich erschaffen, dass sie, und sie konnte sich selber nicht erklären, woher dieser Drang kommt, woher dieser Wunsch sich in ihr praktisch zusammengebraut hat, dass sie wollte, dass Chris Naum mal Huckepack bei ihr ist, auf dem Rücken. Also sie hatte irgendwie so die Vorstellung, irgendwann sollte Chris Naum, den sie auch als Star sehr gut findet und also auch Fan ist von Chris Naum. Sie grüßt sie durch. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt sage, ich bin Fan von irgendwem, habe ich ja nicht automatisch die Vorstellung, ich möchte den oder diese Person mal Huckepack nehmen. Ich würde Tellerswift schon mal Huckepack nehmen. Klar, kannst du machen. Ja. Aber jetzt speziell bei Sabine war das jetzt in diesem normalen Fan-Sein eigentlich doch überraschend. Und wahrscheinlich gibt es irgendeine kosmische Energie in der Welt, die sie dazu gebracht hat, genau das zu machen, denn das hat dann etwas ausgelöst. Wir haben dann dafür gesorgt, weil ich dachte, das ist so ein spezieller Wunsch. Bin ich hier der Möglichmacher oder bin ich hier der Möglichmacher? Und dann habe ich Chris Naum aufgetrieben und habe dafür gesorgt, dass Chris Naum bei Sabine auf den Rücken hüpft. Ja. Und das hat er auch gemacht. Das hat er gemacht, ja. Und er hat es so gemacht, so plopp. Wie wenn so ein Flensburger aufgeht. Und dann ist praktisch Chris Naum mit seinen Magic Knees, hat er sich festgeklemmt in Sabine und hat sich eigentlich wie ein Rucksack bei Sabine hinten drauf gesetzt und hat auch so einen Arm so hoch gemacht. Ich habe auch ein Foto noch davon. Und seitdem hat Sabine keine Rückenschmerzen mehr. Ja, so ist es. Es ist ein Wunder. Es gibt manchmal bestimmte Dinge in der Welt, die eine eigene innere Energie haben. Wenn man die zusammenbringt, wie zwei chemische Elemente, dann wird was Neues draus. Und die Kombination aus diesen beiden Energien, Sabine und Chris Normans Knie und Sabines Rücken, macht, dass der Schmerz weggeht. Aber ich habe vor allem daraus gelernt, dass man bei Florida und vor allem in deiner Nähe, Klaas, niemals absurde Wünsche äußert. Irgendwas, was man manchmal zusammengeträumt hat oder so, wo man denkt, das ist so bescheuert, das machen wir auf keinem. Also das kann man jetzt ruhig erzählen, das lässt man. Das lässt man. Und ich habe vor allen Dingen, ich habe dann ja auch in diesem ganzen Tag, waren ja meine, also guck mal, ich finde das erstmal witzig und möchte das natürlich. Und dann komme ich dem Ziel, diesen Traum von Sabine umzusetzen, immer näher. Und dann gibt es natürlich trotzdem auch den Tag, an dem es passieren muss und ganz praktische Arbeit steht ins Haus. Und irgendwann kommt der Moment, wo der echte Chris Norman vor mir steht, sein Management neben mir, der hat immer gehört, irgendwas wollen wir. Und dann steht er vor mir, Sabine steht da mit großen, erwartungsvollen Augen. Und jetzt habe ich die Aufgabe, in dieser Situation zu verkünden, was genau gemacht werden muss. Nämlich, da ist die Frau, sie hat den Wunsch, dass sie mal auf die Frau draufklettern. Sabine war schon in Hucke-Stellung und Chris Norman musste jetzt nur noch den Pack machen. Genau, und Chris Norman kam rein, dachte wahrscheinlich, dass Sabine gerade praktisch im Ansatz ist, gleich loszutwerken. Sie war aber praktisch schon eine Art menschliche Treppe für ihn. Ja. So, und in dieser Stellung musste ich dann erklären, was jetzt hier gemacht wird. Und dann passieren zwei Sachen. Entweder derjenige dreht sich um und geht oder die Übersprungshandlung spielt mir in die Karten und man sagt, well, let's do it. Und so war es. Hattest du mal irgendwie im Postfach Wünsche von Fans, die... Wo ich da irgendwo auf den Rücken klettern soll? Ja, wo du gedacht hast, huch, das ist jetzt nicht das Spiegel-Interview. Naja, so perverse hat man. Oder auch so... Was? Perverse, ja. Ja? Ja, schon. Also, das sind ja meistens dann... Also, ich glaube, grundsätzlich die Ausprägung der perversen Spirale ist ja eher bei Männern dann so. Das heißt, es sind eher Männer, die so perverse Fantasien dann praktisch... Was wollen die denn machen? Die Gedanken sind frei. Sie sollen denken, was sie wollen. Aber manchmal schreiben die es dann auf und schicken mir dann, was die so denken. Es sind auch... Es gab auch schon sowas von Frauen. Aber das sind dann natürlich merkwürdige... Also, es ist eher sowas, wo man dann denkt, ob ich da wirklich derjenige bin, der das Problem lösen kann. Oder ob es da nicht Menschen gibt, die jahrelang studiert haben, die sich vielleicht besser damit auskennen, wie man jetzt diesen Trieb Einhalt gebietet. Wisst ihr, wer diese Woche auch nicht schlecht gestaunt hat? Ein sogenannter Schrottangler. Der Schrottangler ist in Berlin ein anerkannter Beruf. Und das geht so. Man hat so einen Riesenmagnet und man stellt sich an die Spree und hält seine Schrottangel da rein. Und auch, liebe Freunde, falls ihr wieder einen Ausbildungsplatz sucht oder so, warum nicht mal Schrottangler? Und dann hält man da seine Angel so in die Spree und hofft darauf, dass ein Roller da dran festklebt. So ein E-Roller. Und den zieht man dann raus. In dem Moment, wenn du normal angelst, hältst du die Angel rein, weil die Fische ja schwimmen. Und irgendwann an der Angel vorbeikommen. Schrottangler musst du ziehen so ein bisschen, ne? Da ist ja nicht so, dass ein quietschfideler Motorroller da unten so rumfährt. Nein, du musst da richtig fühlen. Aber es ist ja eigentlich ein ehrbarer Bogen. Absolut, ja. Ja, absolut. Es wird, glaube ich, auch geleert an der HU. Genau, genau. Weil es gibt ja einen Schrottlehrstuhl oder so. Jedenfalls, also du willst dann eigentlich so einen Roller da rausziehen oder irgendwie eine Goldmünze, so irgendwas willst du dir da reinholen, ne? Und da hat jetzt aber wirklich einer, also wirklich ein ganz armer Teufel, ist da richtig zum Pechfuhr gewonnen. Weil er wollte eigentlich so einen Leimroller rausziehen und zieht und zieht. Und schwuppdiwupp hat er da mal eben, hier wenige Kilometer von uns entfernt, vom Büro, hat er eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg rausgezogen. Und die hat sofort angefangen zu brennen. Weil das ganz beschissen an Phosphor ist, dass das, wenn das an Sauerstoff kommt, dann brennt das sofort los. Und diese Bombe, also der zieht die so raus. Na nu, was haben wir hier? Das ist eine ganz große Zigarre? Oder ist das eine Phosphorbombe? Und er hat dann am Rauch erkannt, das ist eine Phosphorbombe. Scheiße! Und dann war es wirklich so, da musste ein Gefahrenbergungsteam kommen und sofort diese Bombe so runterkühlen, nicht mit Worten, sondern wirklich mit Eis, dass die aufhört zu lodern. Weil je länger die lodert, umso größer ist die quasi noch vor Ort an der Spree komplett explodiert. Das wäre nix. Also wirklich eine Phosphorbombe an der Spree, die braucht keinen Menschen. Das ist richtig kacke. Und das haben die wohl wirklich in letzter Sekunde, haben die dem armen Schrottangler da die Phosphorbombe weggekühlt und die dann noch entsorgt. Ich bin manchmal erstaunt. Boah, was für ein Scheißtag. Ich bin erstaunt über Berlin. Ja, ne? Weil, äh, guck mal, ich komme aus einer Stadt wie Oldenburg, ne? Wenn da sowas passieren würde, das wäre Gesprächsthema zwei Jahre. Hier ist das eine Randnotiz beim RBB, ne? Du kriegst das nicht mehr mit. Das ist hier vorne da. Für 50 Meter weiter ist das passiert. Du wärst mit explodiert wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Für alle, ja. Ja. Und man kriegt das gar nicht mit. Es wird immer gesagt, na, wie ist ich euch? Ja, irgendwas war da nicht so. Und dann sind da wieder andere Sachen. Dann ist wieder sonst irgendwo ein Stromkasten explodiert, ne? Keine Ahnung. Irgendwie hier, wieder hat einer da in die S-Bahn gekotzt, ne? Es ist dann da wieder das wichtig und so. Diese Gelassenheit, mit der absolute Katastrophen hingenommen werden. Ja. Eine Phosphorbombe geangelt. Phosphorbombe geangelt. Wie viel Pech kann man haben, ne? Ja, wirklich. Ganz, ganz. Und dann fängt das an zu rauchen dann. Ganz, ganz doof gelaufen der Arbeitstag. Dann kennt ihr den Moment, wenn man so, irgendwie, es kann eine Rechnung sein oder man hat irgendwas vergessen oder so, wenn einem so ganz heiß wird, ne? Ja. Und so ging's dem auch. Dem wurde ganz, ganz heiß um die Nase, ne? Meinst du, der hat noch so gedacht, ach nee, jetzt brennt die Wasser. Oh, komm, Leute. Scheiße. Ich hab das, glaub ich, gar nicht so schnell kapiert, was das sein soll. Aber der kennt sich vielleicht noch so was. Ja, wenn's raucht, dann hätte ich mich schon gefragt, was jetzt was Gutes ist. Also ne, was, was bombenförmig ist und brennt. Und aus dem Wasser. Dann würde ich denken, das ist nicht gut. Vor allem, es wird aus dem Wasser gezogen und brennt. Auch nicht gut. Auch scheiße. Wird aus dem Wasser gezogen, ist bombenförmig und brennt sofort. Ja. Ei, ei, ei. Dann weißt du schnell, dass es kein Dino-Zäpfchen ist. Dann soll man nicht schnell in den Kofferraum und nach Hause? Nein. Nein. Also er hat ja nicht gedacht, geil, da gibt's super Schrottpreise. Aber da frage ich mich auch mal, wie, manchmal sind ja so bestimmte Ansagen, so Sicherheitsansagen, die gemacht werden müssen, sind von irgendeiner Versicherung praktisch formuliert, weil das gesagt werden muss, damit dann am Ende offiziell juristisch geklärt ist, das wurde gesagt. Und deswegen sind ja manche Ansagen, auch so Schilder sind ja so ein bisschen, man denkt, ey, da kommt man ja von allein drauf. Was ich immer ganz besonders interessant finde, ist, wenn die im Flugzeug erzählen, dass man sich bei der Stewardess melden soll, wenn das Handy anfängt zu rauchen. Wenn man wie viele Leute sagen, oh, das raucht schnell wieder in die Aktentasche. Ich glaube, man würde sich wundern, ne? Meinst du? Ich weiß selber nicht, wie ich reagieren würde. Ich würde es wahrscheinlich wegpacken. Stimmt, ihr Klemmis. Und würd dann sagen, ihr pustet das aus, macht ein bisschen Wasser drauf und dann soll das aufhören, ne? Eieiei, ist ja peinlich jetzt, ne? Weg damit. Ich habe auch eine Meldung und es gibt da einen Satz, ich hoffe, ihr teilt da mein Humorverständnis. Und zwar ist es eine kriminalistische Meldung von dieser Woche und es geht um einen Fußballer, das ist Max Kruse, das Enfant Terrible der Fußballwelt. Der hat schon bei Deine Wölfe gespielt. Bei Deine Wölfe gespielt. Den kenne ich, der hat doch seine Frau Dilara. Richtig. Richtig, ne? Und der wurde Betrugsopfer. Und es ist Folgendes passiert. Der ist großer Poker-Fan, ne? Und der kam in die Fänge einer Poker-Bande, die halt irgendwie auf verschiedene Arten betrogen hat. Und die haben ihr System, mit dem sie dann bei Poker-Turnieren betrügen wollen, haben sie wohl an ihm an einem Abend ausgetestet und er hat eine enorme Summe an die Betrüger verloren. Also hat er da gemerkt, dass da was komisch ist? Nein, die haben nämlich... Hat er aber nur verloren? Ich dachte, ich verliere heute oder wie? Äh, der hat gedacht, er verliert und das war heute richtig Pech. Und die haben halt gedacht, wenn der Kruse das nicht merkt, dann ist die Masche richtig Also Moment, nur mal zu einem Ort. Und der spielt Online-Poker im... Ne, das war ein richtig... Turnier. Nicht online. Also so unter Freunden. Ja. Man muss sagen, der Hauptangeklagte ist ein ehemaliger Fußballer. Ne. Der hat bei Düsseldorf gespielt und hat so den Kruse irgendwie dazugeholt oder auch in Sachsen, in was weiß ich, wo er noch überall gespielt hat. Und der hat den Kruse irgendwie gekannt, auch vom Pokern und dann war das quasi so ein halb privater Abend, wo dann gepokert wird und um viel Geld gepokert wird. Das scheint da irgendwie in den Kreisen gang gebe zu sein. Und da haben die diese Masche ausprobiert und ihn abgezockt. Und unter anderem halt auch dieser Fußballer, der war an dem Abend mit Kruse nicht direkt beteiligt, aber war einer der Strippenzieher. Aber was denn für eine Masche jetzt eigentlich? Ja, pass auf, da war ich schon mal erstaunt. Ja. Was? Ich hab mich auch gefragt, also da hab ich gelesen, so gezinkte Karten. Ne, und dann, wie? Also was heißt das bedeuten? Ich lese mal vor. Bei den Turnieren wurden gezinkte Karten, Infrarotkameras, Bluetooth-Kopfhörer und Handzeichen verwendet. An den Seiten der Karten befanden sich winzige Scan-Codes. Nach dem Mischen der Karten konnten die Kameras die Codes abscannen und dann berechnen, welcher Spieler das Spiel gewinnen wird. Mittels Bluetooth-Verbindung wurde dieses Ergebnis ein Ohrknopf des Kartengebers übertragen. Mittels geheimen Handzeichen beim Kartengeben konnten eingeweihte Spieler dann erkennen, wer die Runde gewinnen kann und so die Einsätze steuern. Die Gewinne steckten dann die Abholer ein, wurden später aufgeteilt. Die Pokerabende stiegen in Dresden, Hamburg, Rostock, Zwickau und Leipzig. Jetzt haben sie den Typ erwischt. Ich finde das erstmal ein beachtlicher. Das ist beachtlich. Ja, da fand ich auch so ganz kompliziert und so irgendwie. Seit diesem Arschmorsegerät aus dem Schach echt immer wieder eine erstaunliche Meldung, finde ich. Da hat sich was entwickelt anscheinend da in dem Geschäft. Und den Spieler, der stand dann, also Garburschewski heißt der, der wird wegen seines Aussehens Sachsen-Bergheim genannt. Der Sachsen-Bergheim. Jetzt hast du den Bruder von Sachsen-Paule. Sachsen-Bergheim stand dann vor Gericht. Und dann kriegt er aufgezeigt, die Technik wurde dann da vorgestellt. Also wie das irgendwie durchdacht. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, da ist eine Karte runtergefallen oder aus dem Ärmel geholt. Sondern ein enormer Aufwand. Infrarotkameras, QR-Codes, Scanner und, und, und. Und dann sagt er, er zeigt sich rollmütig vor Gericht und wird mit folgendem Satz zitiert. Und wenn man im Nachhinein nachdenkt, dann geht das absolut nicht. Als wäre es so eine Erkenntnis gewesen, nachdem die hier die halbe CIA-Technik aufgefahren haben und denen das Geld aus der Tasche gezogen. Wenn man im Nachhinein nachdenkt, dann geht das absolut nicht. Also würde er auch sagen, dass das doch Schummeln auch ist, ja? Wahrscheinlich ist ihm die Erkenntnis irgendwie gekommen. Wenn er da sich nochmal so Revue passieren lässt, dann würde er auch sagen, dass es nicht fair war. Nee, wenn ihr das auch nochmal aus den Augen der Ermittler jetzt nochmal sieht. Weil es ist ja manchmal auch, welche Perspektive man eintritt. Und wenn ich mich mal in sie jetzt hineinversetze, und das mache ich jetzt mal hier bei dem Gerichtsprozess. So habe ich das nie gesehen. Genau, da stelle ich jetzt auch fest, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Das darf man so nicht machen. Stimmt. Aber wurde der trotzdem verknackt, ja? Der wurde verknackt. Ja, die haben irgendwie, also er war reumütig, hat auch irgendwie alles gestanden und hat dann einen ganz guten Deal gekriegt, glaube ich noch. Irgendwas auf Bewährung. Aber das wird meine Standortausrede. Wenn ich mal jemanden ermorden sollte, dann sage ich, wenn man im Nachhinein nachdenkt, dann geht das natürlich nicht. Wisst ihr, wer das, glaube ich, auch gedacht hat? Ist jetzt, ist ein schwieriges Thema, ne? Wir haben ja schon kurz gestern uns darüber unterhalten. Aber, also, bei dem Marc Terensi und der Verena Kehrt, da muss man, ist ja völlig klar, das scheint von außen betrachtet eine toxische Beziehung zu sein. Da spielt Gewalt eine Rolle. Und das ist echt fürchterlich, weil die verprügeln sich da gegenseitig. Und das ist alles nicht gesund. Vor allen Dingen für die beiden selber, glaube ich, ne? Und wir wissen natürlich nicht, wie da die Dynamiken sind. Und wer da mehr das Schwein ist als der andere, wissen wir nicht. Können nur sagen, das ist furchtbar. Und bei sowas ist es, glaube ich, besser. Man trennt sich, wenn sowas im Freundeskreis erlebt, sollte man, glaube ich, irgendwie Hilfe anbieten. Aber wenn man jetzt nochmal zurückspult, was das, was dem Ganzen, also da gab es nämlich einen Vorfall in einem Hotelzimmer in Hamburg. Aber wenn man jetzt einfach nochmal den Abendrevue passieren lässt, ne? Da muss man sagen, der war nicht gut geplant, der Abend. Also das war ein Abend, der konnte, glaube ich, nur im Verderben enden. Also natürlich nicht in Gewalt, aber das ist ein Abend, also der besteht nur aus Bestandteilen wie andere Abende, die ganz herausragend sind, wenn es so halb vier Uhr nachts ist. Also man muss sagen, das ist ein Abend, der ist nur aus, sagen wir mal, absoluten, ja, dem Zenit von sehr verrückten Abenden geplant, aber von Anfang an. Ja, komm, man stellt sich ja die Frage, wann ist er da falsch abgebogen? Genau, irgendwo muss dieser Abend schiefgelaufen sein. Und also wenn man jetzt mal an einen normalen Abend denkt, wo man plant, wegzugehen, dann würde man vielleicht was essen gehen, dann geht man in eine Bar, ne? Und dann macht man es mit Freunden, dann geht man vielleicht noch in einen Club. So, könnte ein Abend aussehen, wo man mal was erleben will. Also wie beginnt ein Abend, der am Ende im Gefängnis endet für Marc Terencey? Das kann man da, ist im Gefängnis geendet. Aber wie beginnt dieser Abend? Und wie folgt, die fröhliche Runde im Fischerei-Hafen-Restaurant besteht aus folgenden Personen. Auch so Personen sagen ja schon ein bisschen aus, wie so die Geschmacksrichtung sein kann, ne? Kalle Schwänzen, Verena Kehrt, Claudia Obert und ihr Lover, Max. Dann ist noch dabei DJ Steve und Marc Terencey. Und da auf dem ersten Foto sieht man schon, da ist viel Alkohol im Spiel. Es geht weiter mit der nächsten Station, Susi's Showbar. Strip-Club in St. Pauli, große Freiheit, ne? Ich hab mal vor, wenn ich ganz kurz mal da einhaken darf, vor ungefähr 20 Jahren mal einen Anruf bekommen von jemandem, der gesagt hat, ganz aufgeregt, in Susi's Showbar gibt es eine neue Drehscheibe. Da hab ich gesagt, ja. Und, was ist jetzt das Ding daran? Ja, weil ich hab die Alte. Und seitdem kriegt man da in der WG die Tür nicht mehr auf. Weil die alte Drehscheibe aus Susi's Showbar praktisch im Flur stand, als Relikt und, ja, wie soll man sagen, als so eine Art Souvenir. Jedenfalls ist diese unseriöse Runde in Susi's Showbar. Unseriös ist schon sehr wertig. Ist wertig, ne? Aber ich muss sagen, es sind auch keine seriöse Runde. Aber offenbar haben sie gefunden, das geht noch besser, so in der Zusammenstellung der Gäste. Und dann ist noch die Mutter von Pierre-Michel Lasogga, liebe Grüße, ehemaliger Hertha-Spieler, gemanagt von der Mutter. Warum ist die Mutter jetzt da? Und die Mutter von Pierre-Michel Lasogga, also die ist jetzt auch nicht die Spitze, sag ich mal, der seriösen Fußballer-Vertretung, muss man sagen. Also der Lasogga ist der, aber der war der Fußballer. Das war der Fußballer. Und die Mutter hat ihn in der Zeit seiner Karriere, die recht kurz war, gemanagt. Und die kam jetzt nun auch noch dazu. Ein bisschen wie der Papa von Özil so. Ja, und aber auch Sohn Lasogga kommt noch dazu. Oh, ja. Und Lasogga war jetzt auch, also, ja. Das war kein Gentleman-Fußballer. Kein Gentleman-Fußballer. Ich kenne den nicht. Der ist so ein bisschen als den Scham von so einem Kirmesboxer, kann man sagen. Nur, dass er nicht haut, sondern schießt. Und die Mutter auch. So. Und jetzt geht's weiter. Nächste Station. Es gab reichlich Weißwein und Espresso Martini. Gegen 23 Uhr zog die illustre Runde, ohne Claudia Obert, die war da wahrscheinlich schon. Das war ihr zu asozial. Das war ihr zu viel. Weiter ins Rieferbahnlokal zur Ritze. Also, wir haben ein kurzes Essen am Hafen. Dann Susi Schober. Dann die Ritze. Das ist auf jeden Fall... Bis 5 Uhr morgens. Das ist ein Shortcut. Es gab Gin Tonic und kurze. In Klammern Ritzeschnaps. Ja, Ritzeschnaps. Kennt man wohl, oder was? Ritzeschnaps ist wahrscheinlich sowas Besonderes. Also, Ritze. Ritze ist so ein Boxladen, ne? Da haben sie früher Chinesen-Fiete vom Stuhl geschossen. Das war die Ritze. Also, das ist einfach keine gesunde Abendplanung, muss man einfach mal sagen. Der Ausgangsabend ist bedauerlich, aber der Abend an sich ist einfach auch schon bedauerlich, muss man sagen. Ja, aber irgendwie, was hat denn Marc Terrenzi jetzt mit der Reeperbahn am Hut? Also, wie kommt der denn dazu wieder? Er hat sein altes Trepper-Kollegen besucht. Meinst du, er wurde ja auch aus dem Knast von einem Zuhälter, von einem relativ berüchtigten Zuhälter, von St. Pauli, abgeholt. Ja, gut. Ist aber nett. Da kam nicht die Mami vorbei, sondern der Zuhälter. Ja, aber nun komm, also ich meine... Da hat sich die Polizei sehr gewundert, habe ich gelesen. Ah, okay. Hat sich gewundert? Ja, das sehr... Oder war das Mutterler Socker und zwar Missverständnis? Nein, aber das ist... Also, ich glaube, das ist doch ein Ort und der kann doch da Freunde haben, die da im Unterhaltungs-, also da im Nachtleben aktiv sind, wenn man gerne mal feiert und auch gerne tanzen geht. Dann lernt man so eine Leute kennen, die sind da eben. Das kann man ja nicht machen. Dann kann man nicht sagen, äh, du bist jetzt ein Zuhälter, über die rede ich nicht. Genau. Das geht nicht. Und dann lernst du ihn kennen und lernst den Mensch dahinter kennen und denkst dir, der kann mich doch wo abholen. Und in solche Freundschaften stolpert man auch schnell rein, wenn man aus Versehen erst in Susis Showbar startet und dann weiter zur Ritze geht. Das ist ein bisschen das Ding, wo man halt da gerade so ist. Das ist das Ding, ne? Ich glaube, in der Elbphilharmonie trifft man andere Leute zum Beispiel. Ja, oder wenn die jetzt gesagt hätten, wir machen jetzt einen Zug durch die Gemeinde im Kurort nahe Oldenburg-Bad Zwischenahn. Da geht's los im Café Magot. Dann gehen wir noch ins Fährhaus und am Ende gehen wir ins Yachthaus Eiden. Da gibt's Lergen Kuchen noch. Da hätte man ganz andere Leute automatisch kennengelernt. Da wäre auch schon mal hier und da vielleicht mal ein Korn getrunken worden. Aber man hätte natürlich auf dem Weg dahin eher, ich sag mal, so Aktivrentner oder so, die da gerne um den See laufen oder Leute, die schlecht Luft kriegen oder so. Also die Leute, die eben da sind. Man kann es doch nicht ändern. Man kann nicht sagen, ich geh jetzt in Susis Showbar bitte alle raus und andere Leute rein. Das kann man doch nicht machen. Vielleicht hatten sie all das vor für den nächsten Tag. Das war alles für den nächsten Tag geplant. Da kam der Knast dazwischen leider. Ja, ach, bald ist auch wieder Oktoberfest. Da können die ja auch da noch mal. Oder? Ja. Ist nicht bald wieder Oktoberfest? Ist bald, ja. Ne? Ich glaube am... Oder Mitte September. Bist du schon eingeladen von Vox Prominent oder so? Ne, leider noch nicht. Ob du da was ins Mikro sagen willst? Wo ich da zu beschämen? Machst du eigentlich deine Hertha-TV? Wie, was? Ja. Was ist das hier so ansprechen? Ja, ist mir gerade eingefallen, ne? Das passt ihm nicht. Ne, sag doch mal. Nein, ich glaube einfach, du spielst darauf an, dass die Hertha gefragt hat, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ja, kann ich da auch was machen? Und ganz sicher, Klaas, und das wäre vielleicht auch sinnvoll. Ich glaube, die Hertha hat gerade andere Problemfelder. Ne, die braucht dich genau jetzt. Nein, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, die Hertha braucht schon Personal, aber das sollte erst mal Personal sein, dass sie auch Fußball spielt. Was solltest du denn da machen? Das war doch nicht klar. Das muss noch rausgefunden werden. Aber ich kann denen nicht helfen. Ich gehe jetzt am Samstag zu Mene Hertha in die Kurve und wir spielen gegen Greuther Fürth. Die sind irgendwie aus Franken, glaube ich. Und da muss jetzt mal der erste Sieg her. Ja. Und da versuche ich erst mal, versuche ich praktisch als Fan zu unterstützen. Soll ich dir was sagen? Die werden wieder verlieren. Was bist du denn? Ne, es stimmt. Nee, aber es ist gerade wirklich bei Hertha... Fürth ist eine flotte Truppe. Bei Hertha, also Klaas, da wollte ich ja auch noch um Trost anrufen. Also das ist wirklich, das läuft gerade überhaupt gar nicht gut. Deine Hertha? Es ist wirklich mit Mene Hertha, ist es so schlimm wie wirklich noch nie zuvor. Und das ist, warte mal, der Grund... Weil ich bin ja, ich bin 37 Jahre Hertha-Fan. Ja. Weil so alt bin ich, ne? Und da habe ich wirklich schon viel Scheiße erlebt, ne? Schlechte Spiele. Aber so ein nicht gutes Spiel wie jetzt am letzten Wochenende gegen der HSV, habe ich wirklich noch nie gesehen. Kann ich dich dazu Sachen fragen? Kannst du mich fragen. Weil ich wirklich ja sehr naiv wahrscheinlich mich da ranfrage an das Thema. Also die hatten, weiß ich nicht, eine normale Mannschaft sozusagen und die haben in der ersten Liga gespielt. Genau. Eine Zeit lang. Dann sind sie abgestimmt. Ja, warte. Haben die da so gespielt. Und dann lief das irgendwie nicht mehr so. Sind dann da Spieler weggegangen oder so? Also gab es eine große Veränderung, bevor sie in die zweite Liga... Also gab es irgendetwas, was jetzt in der Mannschaft passiert wäre? Weil da war doch auch dieser Pal Dadaj, war da noch der Trainer, ne? Der Trainer, ja. Oder ist er immer noch Trainer? Darf ich dir erstmal noch eine kleine Einordnung geben, Jakob? Hertha ist vor allem in den letzten Jahren dafür bekannt geworden, dass sie richtig viel Geld verholt hat. Ja, da komme ich jetzt noch drauf. Ich will erst vorher. Nee, dass du das nicht vergisst. Das weiß ich doch alles. Dagegen sind keine Spieler in Gang, da sind gekauft worden. Ja, ja, warte doch mal. Da will ich mich doch ranfragen. Das weiß ich doch alles. Okay. Und so. Und dann sind die also in der zweiten Liga dann gewesen. Und hat dieser Trainer da groß, jetzt mal vor dem ganzen Geld, hat er da irgendwas falsch gemacht großartig? Also hat er die falschen Leute oder haben die einfach von heute auf morgen wie durch Zauberhand nicht mehr gut Fußball gespielt? Also das ist eigentlich eine okaye Erstligamannschaft gewesen. Ja. Und die haben einfach sehr, sehr nicht gut Fußball gespielt, nicht gewonnen und abgestiegen. Und dann hat irgendeiner gesagt, Mensch, denen geht es ja gar nicht so gut, aber so wie es denen mal ging, müsste man doch einfach nur 300 Millionen nehmen? Ach nee, das war vorher. Nee, da waren wir ja sogar in der ersten Liga noch. Ja. Zu dem Zeitpunkt waren wir in der ersten Liga. Nee, und dann hat jemand gesagt, komm, Berlin ist ja eine super Stadt und ich gebe euch mal 300 Millionen. Das war der Schützling von Helmut Kohl, ne? Genau. Wie heißt der noch? Lars Windhorst. Lars Windhorst. Lars Windei. Und der zusammen hat mit Jürgen Klinsmann gesagt, jetzt geht's los. Jetzt machen wir unseren FC Chelsea draus. Jetzt wird Gas gegeben. Ja. Die Schulden bezahlen und dann könnt ihr richtig geil einkaufen. Okay, gut. Also gut, ich merke auch schon irgendwie, so ähnlich wie die Luft raus ist, dass spielerisch ist auch diese Geschichte, ne? Das heißt, die Spieler, also aber eine letzte Frage habe ich noch. Ja, vielleicht muss man aber noch erzählen. Also man hat, glaube ich, 300 Millionen bekommen. Versenkt? Naja, Moment mal schon, nicht versenkt. Also und wir haben jetzt 100 Millionen, ähm, Minus. Und da ist einfach, und das sage ich auch in dem Bewusstsein, dass ich ja wieder am Samstag Gast bin von Hertha BSC, da ist einfach was schiefgelaufen, da hat, da ist irgendwas, ist da irgendwie ein kleines Missgeschick passiert. Hat jemand verhuttelt. Da ist irgendwie, da sind ja auch nur Menschen und, ähm, deswegen erstmal vielen Dank, dass ich da zu Gast sein darf, da freue ich mich drauf. Das ist richtig versenkt. Und da ist so ein kleiner, da ist irgendwas, da hat jemand irgendwie ein bisschen geschludert oder so. Und was jetzt erstaunlich ist, Klaas, wenn man eine Mannschaft hat, die selbst in der ersten Liga einen sehr hohen Kaderwert hat im Vergleich. Das heißt das. Also die Spieler sind sehr teuer. Auch die Gehälter und was weiß ich, ne? Und die steigt in die zweiten Liga ab. Und die haben da einen Kaderwert, der auch, sagen wir mal, 80 Prozent der Zweitliga-Vereine um das Fünffache übersteigt. Und die machen nahtlos so weiter wie in der ersten Liga. Also drei Niederlagen zum Einstieg. Ja, aber das mit dem Kaderwert, das nivelliert sich jetzt auch, weil es sind jetzt noch welche gegangen. Aber wir wollen die Leute wirklich nicht zu Tode langweilen. Ja, weil die sich ja praktisch, umso länger sie überhärter sind, ihren eigenen Marktwert auch wieder runtersporten. Insofern ist der Kaderwert gar nicht mehr so hoch. Sag mal, ähm, ich möchte noch eine letzte Frage, dann möchte ich diesen Fußballteil, der ja letzte Woche schon einen großen Teil ausgemacht hat. Und viele Leute sagen, nein, ist das jetzt hier ein Fußball-Podcast und so weiter. Wer sagt das? Ganz viele haben das gesagt. Ja, was, wer? Soll ich jetzt ein bisschen eine Postleitzheiz haben? Zu dir oder was? Ja, zu mir. Das ist ein blödes Schleimer. Einfach nur blödes Schleimer. Wollen wir nach dem Mund reden? Gar nicht. Ich hab's doch letzte Woche angesprochen, du Affe. Jetzt denk doch mal nach. Also, es geht doch einfach nur darum, dass relativ lange schon jetzt schon wieder über Fußball geredet wird und ich will nur eine letzte Frage stellen, bevor dann der Fußballteil auch praktisch, ne? Wir sind letzter Gartner in der zweiten Liga. Genau. Und warum habt ihr immer noch denselben Trainer? Weil es wirklich an dem nicht liegt. Nein, es ist wirklich so. Das liegt nicht an dem. Das liegt an vielen anderen so kleinen Schusseligkeiten, die ich jetzt auch nicht so gerne hier erzähle. 400 Millionen weg, aber der Trainer, der kann nichts für. Das kann aber wirklich ein Trainer nichts für, weil der gibt das Geld nicht aus und der holt's nicht rein. Der kann da wirklich nichts. Der hat drei von seinen Söhnen spielen bei Hertha in der ersten Mannschaft. Der macht und tut, nur damit da mal irgendwie ein Punkt kommt. An Pal da, da liegt's überhaupt nicht. Alles, die ganze Familie schießt da mit rum, damit er mal am Punkt bei rumkommt. Habt ihr nicht genug Torhüter? Da hat, da ist auch einer, da gab's so auch ein Missverständnis mit Fäusten und da ermittelt die Polizei. Das ist alles, das ist alles nicht optimal. Na gut. Aber du fährst da hin am Samstag. Ja. Und danach ins KDW. Ja. Baywatch Berlin Checkerfrage, wir checken das für dich. Mich hat ein Marvin angesprochen, mit einer Checkerfrage und da müsst ihr mir jetzt mal sagen, weil ihr mit solchen, ja mit so Sozial-Clammy-Krams seid ihr immer gut dabei, weil ihr das oft auch schon in eurem eigenen Leben mal hattet. Ein Framing jetzt. So, also hier schreibt einer, hallo Klaas, du sehr hübscher und sympathischer Mann. Das war der Grund, warum ich es weitergelesen habe. Sehr gut. War das der, der auch geschrieben hat, der will nicht mehr so viel über Fußball? Ne, ne, das ist einfach mal hier Marvin halt. Das haben viele gemacht, ich hab das ja letztes Mal gesagt, ne. Dass es praktisch einfacher ist für mich dann weiterzulesen, wenn er erstmal gut losgeht. Aber der hat wirklich ein ernsthaftes Problem. Sachlich soll es losgehen, ne. Ich habe ein Alltagsproblem und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Mitarbeiterin lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns oft über ihren Mann unterhalten, dem das linke Bein abgenommen wurde. Unser Verhältnis ist ein normales Kollegenverhältnis. Das wäre die Antwort gewesen. Ein Wasser, ein kaltes Wasser, ne. Setz dich mal dahin, ich hole dir erstmal ein Wasser. Ah. Ja. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Situation. Ja. Da muss ich auch erstmal nachdenken. Weißt du, weißt du. Ja. Also erstmal muss ich sagen, na gut, aber er hat gefragt, wie es dem Mann geht. Die Kollegin hat es nicht einfach so gesagt, übrigens, mein Mann liegt im Koma zum Mittagessen, sondern er hat gefragt, ne. Ja, weil das wahrscheinlich ein bisschen ein holpriges Smalltalk-Thema von ihm ist. Der hat die Kollegin gesehen und dann hat er noch im Kopf überlegt, über was haben wir letztes geredet. Hat ein Mann, kann ich nachfragen, ja. Hat irgendwie ein Mann, kann ich nachfragen. Wie man auch weiß, der hat so ein rotes Boot, was ist mit dem roten Boot? Genau, ja. Hat er, war dann irgendwann mit dem Bein da. Ja. Und dann hat er gefragt. Ja. Und jetzt, und dann stand er dann jetzt halt da. Ich frage euch deswegen die Frage, weil es gibt eine total klare Antwort. Nein. Es spielt Bände, dass er hier zehn Minuten nicht wisst, was zu tun ist. Pass auf, ich will das auch nochmal deutlich machen. Jetzt sagt die Frau, der ist halt da im Koma und so. Dann ist es ja so, wenn man eine Kollegin, die kann man jetzt ja nicht erstmal alles zubildern und die so in den Arm nehmen zum Beispiel. Das geht ja auch nicht. Das muss man ja auch nicht. Dann kann man sagen, ja, das ist ja erstmal, wie du sagst, weil ich bin, ich lebe gerade in dieser Situation. Ganz einfach. Man geht so flott in so ein Small Town und sagt, Hallihallo, wie ist denn der Mann? Und dann sagt man, ja, der ist halbtot im Koma. Dann würde ich auch erstmal schlucken. Ja. Ich würde vielleicht selber vielleicht eine Krankheit vortäuschen, um aus der Situation rauszukommen. Ja, wegrennen. Dass ich sage, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt, ich muss mich kurz sammeln. Was Besseres fällt mir nicht ein. Wegrennen. Weil es ist so, ich bin da auch überfordert. Ich kann was mit guter Laune anfangen. Die kann ich dann verdoppeln in so einem Gespräch. Aber das ist, ja, weiß ich nicht. Was sagt man denn? Kann man das einfach so, als hätte man es nicht gehört. Und einfach ganz normal den Smalltalk weitermachen. So hat er das ja offenbar fast gemacht. Ja, genau. Koma. Fußball geguckt. Und Hertha, da läuft es auch nicht, ne? Ja, was soll man denn machen, Klaas? Naja, es ist jetzt keine witzige Antwort, aber es gibt natürlich nur eine Antwort darauf. Ich wollte es nur mal hören. Es ist exakt das eingetreten, was ich dachte. Dass ihr gar nicht wisst, was man machen soll. Ist das hier ein Escape Room oder was? Ja, ein sozialer Escape Room, ja. Das finde ich erstaunlich. Ich weiß nicht, was man da macht. Die Frau hat offenbar Mitteilungsbedürfnisse über die Situation. Und man muss sie nicht in den Arm nehmen und da irgendwie überfürsorglich werden und irgendwie so eine Intimitätsgrenze überschreiten. Sondern man setzt sich hin und sagt, erzähl mir das mal. Dann musst du auch arbeiten. Ja, dann nimmst du dir halt die 10 Minuten und arbeitest halt später. Also wenn du jetzt nicht gerade Lokführer bist, dann hast du ja mal 10 Minuten, oder? Und was sagt man, oh nein. Ne, man sagt dann schon auch, das tut mir leid. Gar nicht, du musst gar nicht viel sagen, du musst bloß zuhören. Du musst nur sagen, ah ja, okay. Und dann am Ende sagst du, ich hoffe, es wird wieder besser. Aber auch wenn man das Verhältnis nicht zueinander so hat. Doch, das Verhältnis ist dann ja ein anderes in der Sekunde. Das hat sich in der Sekunde geändert und das ist ja sein Problem. Und dann die ganze Zeit immer nur Löcher in die Luft zu gucken und immer wenn die kommt, aus dem Raum gehen. Das ist nicht richtig. Ja, das kann ja nicht sein. Also Marvin, in dem Moment, wenn du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, blöd genug bist zu fragen, dann... Ich verstehe die Frage, Marvin. Ich verstehe die Frage auch, die kann einem auch mal rausrutschen und so weiter. Aber wenn dann jemand... Ach so, meinst du, du meinst, er ist nicht blöd genug, uns zu fragen? Nein, nein, nein. Ja, er ist ihm rausgerutscht, er hat nicht aufgepasst. Er wusste das ja nicht. Das war ja nicht gemeint. Das spricht wieder Bände über dich. Nicht, dass du es völlig absurd findest, dass er sich erkundigt, wie es dem Mann geht. Ja, es ist kein Smalltalk-Thema zu sagen, dein Mann mit dem Appenbein, wie läuft denn da? Also wenn man nicht bereit ist, das Gespräch dann auch zu Ende zu führen. Ach so, meinst du. Man kann doch auch fragen, wie geht es deinem Mann? Ja, wenn man weiß, dass der Mann in einer besonderen medizinischen Lage ist und vielleicht immer noch ist, dann muss man bereit sein, das Gespräch zu Ende zu führen. Das stimmt. Die arme Frau. Das war eine risikoreiche Frage. Ja. Sagen wir mal so. Na, das würde ich sagen. Genau, das ist jetzt nicht so eine Gag-Antwort, aber dann setzt man sich hin. Man muss da gar nichts zu sagen, weil niemand erwartet, dass man dann mit drei Worten eine Blutvergiftung regelt. Ja, aber ruckzuck ist die Mittagspause im Arsch, ne? Ja. Das ist dann passiert. Das ist dann so. Kommst du nicht mehr zum Kebab? Und man hat eine Menge Geschichten über... Aber ich möchte mal eine Meinung ausprobieren in diesem Raum hier, ja? Und das ist aber eine schöne Formulierung, wie wir uns für den aktuellen versauten Diskurs in unserem Lande, wo wir merken können. Man möchte eine Meinung ausprobieren, um zu gucken. Das ist gar nicht schlecht. Das machen viele. Das möchte ich mir ja nicht zu eigen machen, aber ich möchte es mal ausprobieren. Ist es nicht so, dass man auch sagen könnte, die Frau könnte sich mit dieser Offenbarung lieber an einen Kollegen wenden, dem sie ein engeres Verhältnis hat? Und überfordert die Frau nicht auch so ein bisschen den Kollegen, weil er offensichtlich damit nicht umgehen kann? Und wäre es nicht vielleicht klüger, die Frau hätte gesagt, ach ja, ist gerade nicht optimal, aber... Ach, sie soll ihre Probleme für sich bleiben nach Nachfrage? Nein, gar nicht. Ist nicht optimal, aber das ist vielleicht ja auch ein anderes Thema. Und dann geht sie vielleicht eher zum Kollegen, dem sie vielleicht ein freundschaftlicheres Verhältnis hat und tauscht sich dann da aus und kann dort eben auch ein Gespräch dann erwarten, was für sie selber auch wohltuend ist. Also ich glaube, deutlicher kann man ja nicht sagen, dass es da offenbar auf eine offengestellte Frage nicht möglich ist, eine ehrliche Antwort zu geben. Ich mache ein anderes Beispiel. Ja, ich glaube, das ist besser. Pass auf, du kommst, jetzt stell dir vor, wir wären nur Kollegen und nicht befreundet, du kommst so rein und sagst, wie geht's dir? Und dann sage ich... Nein, 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 das ist was anderes. Dann sage ich... Nein. Keine Ahnung, ich habe hier so eine Eiterbeule, guck dir das mal an. Das macht man nicht, nein, das ist... Nein, 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 aber du hörst, du verwechselst das gerade, weil das ist eine Floskel, wie geht's dir? Das kann auch eine Floskel sein. Verstehe, aber das ist konkret. Aber zu sagen, wie geht's deinem Mann in dem Wissen, der ist schon das Bein ab. Okay. Und offenbar nicht gut verheilt. Was dir aber nicht einberechnet jetzt gerade und deswegen musst du deine Meinung, ist schön, dass du die jetzt mal ausprobiert hast, aber würde ich wieder wegpacken. Ja, die ist überhaupt nicht meine Meinung. Sag mal, also Leute. In dieser Ausgangs-, in dieser Lage, in der sich die Frau befindet, ne, denkt sie natürlich 24-7 nur an das Schicksal ihres Mannes. Denkt ihr mal, ich wäre der Schrottangler gewesen, hab gerade die Phosphorbombe geangelt, so. Das, 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 das nehme ich natürlich mit. Das nehme ich auch mit auf die Arbeit am nächsten Tag. Nicht die Bombe, die musst du ja entschärfen. Du meinst gedanklich. Gedanklich nehme ich die mit, ja, das Erlebnis. Und dann, dann komme ich am nächsten Tag dahin und dann treffe ich die, ich will es dir erzählen, Jakob. Willst du dir erzählen, ja. Ich treffe aber vorher noch drei andere Leute aus der Firma, mit denen ich vielleicht nicht den Kontakt habe. Und natürlich will ich denen trotzdem dann sofort sagen, was ich geangelt habe. So, also da bin ich ja gefangen. Da bin ich in dem Moment gefangen. Deswegen ist das der falsche Adressat. Ja. Sie muss gar nichts ändern. Nein. Sie muss erstmal nur da sein, fühlen. Ähm, ja, finde ich auch gut. Das war aber eine knifflige Checker-Folge. Das war knifflig, klar. Das sind aber kalter Wisch. Gar nicht. Es ist nur für euch knifflig. Nee, das war gar nicht knifflig, Schmidin, nämlich. Das war jetzt einfach ganz normal. Es ist ja klar. Es ist nur für Leute, die einfach auch sowas so doll hassen wie ihr. Für die ist das knifflig. Ich gar nicht. Mir kann man immer ganz schlechte Nachrichten aus dem Privatesten kann man mir immer sagen. Einfach auf die Schulter tippen und sagen, keine Ahnung. Du drehst dir das doch hin, wie du willst. Du hast doch vorher gefragt. Ich habe Karies oder irgendwas Schlimmes mir einfach sagen. Ich bin da genau der richtige Dapfel. Ja, ja, ja. Das ist ja gut. Was soll ich das hier kommentieren? Die Leute hören ja was. Ich liebe das so, diese Intimität dann auch so gar nicht. Ja, schön. Ey, gestern auch. Muss ja. Toll. Da ist die echte Weltmeisterin im Bogenschießen, ne? Und man konnte da Bogenschießen. Man geht so ums Eck. Da war das aufgebaut, ne? Und ich wusste, es ist die Weltmeisterin. Ich habe auch mich mit dem Gedanken. Schwanger getrankt, ich schieße jetzt hier mal Bogen, ne? Why not? Und gehe ich so ums Eck und dann sehe ich ganz reizend, ganz auch wirklich voller Leidenschaft und Hingabe, hat die Weltmeisterin versucht, an unsere Kolleginnen und Kolleginnen praktisch beizubringen, wie das Bogenschießen geht. Ja, die Leidenschaft auch vermitteln. Ihre Leidenschaft zu vermitteln. Ihr Hobby, ihren Sport. Ich glaube, sie hat eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen oder so. Ja, irgendwie war bei Olympia. Wollen wir nicht vertiefen. Aber das ist ihr ganzes, ne? Voller Leidenschaft. Und dann sehe ich, dass sie praktisch, das macht man offenbar so. Ich kenne mich nicht aus, aber das habe ich beobachtet. Sie hat dann Mitarbeiter von uns eng umschlungen. Ja, muss sie? Das muss sie, ja. Sie hat die Haltung korrigiert. Die Haltung korrigiert. Das muss ich sagen. Und sie hat ihn so ganz eng umschlungen. Ja? So ein bisschen, ich hatte so, it needs two for a tango-mäßig. So ganz eng, ganz eng dran. Hat dann die Arme um den Mitarbeiter gelegt, um den Bogen zu stützen. Ist ja klar. Gefährlich auch so ein Bogen. Wenn der da irgendwo hinflatscht, flippscht. Weißt du, so. Da haben die zusammengezielt und es war fast so, als ob der Mitarbeiter, den sie so eng umschlungen hat, war wie ein Teil des Bogens. Es war eine Bewegung und dabei hat sie dem Mitarbeiter ins Ohr geflüstert, wie man das jetzt macht. Also ganz eng umschlungen. Das habe ich nur gehört und gesehen. Und da habe ich dann beschlossen, dass das Bogenschießen nicht mein Ding ist, glaube ich, und habe lieber einfach daneben mit dem Luftgewehr umgeschossen. Da braucht man keine Einweisung. Aber was hat dich da jetzt gestört? Die Einweisung? Da wollte ich jetzt mal von euch wissen, ob ihr euch einem Sport nähern könntet, der eine ganz körperlich enge Einweisung nötig werden lässt. Schwierig. Du warst doch Judo-Typ. Karate-Mann. Ja, stimmt. Aber das hat ja mit der Einweisung nichts zu tun. Achso, du meinst ja, dass du körperlich da werden. Ja, müsste ich aber auch nochmal drüber nachdenken. Aber komischerweise... Interessant. Aber Judo wäre, würde ich auch nicht sagen, weil das wäre dann so Interaktion. Ja. Ich packe da so an den Gürtel und schleue da rum und der irgendwie auch oder so. Ich glaube, das würde ich sogar nochmal machen. Also ich habe nur Angst vor Blumenkohlohren. Ja. Das ist wirklich mein großes Problem, ist Blumenkohlohren. Auch ein Ringer-Problem. Ja, ja, weil das liegt daran, dass man auf die Matte gedrückt wird und dann wird man praktisch mit dem Ohr auf der Matte liegend gedreht, so habe ich mir das nochmal vorgestellt und dann platzen die ganzen feinen Kapillaren im Ohr und dann gehen die praktisch so auf. Wie ein Blumenkohl. Wie ein Blumenkohl. Und dann kann man nur noch durch so ein ganz kleines... Dann sehen die Ohren eigentlich aus wie zwei Arschlöcher und man kann nur noch durch so einen ganz kleinen Schlitz hören. Das sind aber viele erotisch. Das sind viele erotisch, aber das würde mit meinen Ohrringen einfach blöd aussehen. Ich habe ja so große Kreolen und da wüsste ich gar nicht mehr, wo ich die noch reinstecken soll. Willst du jetzt ablenken? Nee. Ich würde nämlich, also Judo und Jujutsu würde ich sogar irgendwann, habe ich nämlich absurd, habe ich nicht gemacht, offenbar wisst ihr, sonst hätte ich das ja erzählt, aber ich habe darüber nachgedacht, ob ich diesen Sport wieder machen soll. Machen wir nicht mit. Ihr sollt da nicht mitmachen. Du wirst ja fragen, wenn du dich da reinhaben, wirst du fragen irgendwann, ob wir jetzt auch mal mit zum Jujutsu-Training wollen. Sag ich dir nur nein. Wenn mir das Spaß macht, ja. Dann würde ich euch gerne, wenn mir was Spaß macht, möchte ich alle daran teilhaben lassen und möchte die Leute begeistern dafür. Was jetzt mit der Bogentrainerin? Das würde ich nicht machen, weil dieses Angeatmet, das finde ich auch eklig. Wenn mich jemand anhatst. Das habe ich doch gar nicht. Aber Leute, das ist doch nur einmal. Das ist doch wahrscheinlich nur am ersten Tag. Danach brauchst du das, da kann die auch daneben stehen. Aber wieso, du würdest dir in den Nacken atmen lassen? Hä? Hä? Ja, wenn die mir was beibringt, dann sehe ich das sehr professionell und da habe ich da kein Problem mit. Wenn dir einer die feinen Härchen im Nacken hochatmet. Ich will dir ein Beispiel machen. Das ist okay. Du bist ja auch in deinem Leben schon mal Tandem gesprungen, Fallschirm. Was passiert da? Da atmet dir einer in den Nacken. Aber da ist doch mit 200 kmh kommt immer von unten. Und du sitzt im Flugzeug und dann wirst du an den rangeschnallt. Der klebt dem selber dran, ja. Und der spricht dir die ganze Zeit ins Ohr und nimmt so dein Gebet ab quasi. Aber da ist man ja so aufgeregt. Das ist doch dasselbe. Beim Bogenschießen da, ich glaube, da ist ja auch Flugzeuggeräusche und irgendwas und so. Aber dieses, jetzt schieß ab. Das war wie Kevin Costner in Robin Hood. Da hat er das, glaube ich, auch gemacht. Nee, du kriegst gerade Bodyguard und Robin Hood durcheinander. Du meinst die Szene, wo dieses Seidentuch über das Schwert geht. Aber das war Kevin Costner in Bodyguard. Auch okay. Und bei dem anderen hat er geschossen. Das ist gemorft, die zwei Filme. Aber auf jeden Fall gab es eine intime Situation mit Waffen. Das stimmt schon. Ich habe mich aber gestern auch wieder dabei erwischt. Gefragt, warum man Luftgewehre austeilt, wenn alle am Saufen sind. Das habe ich mich wirklich gefragt. Habe ich mich auch kurz gefragt. Wie dumm muss man sein, um hier Luftgewehre, also wie doll wollen wir es eigentlich wissen, dass hier mal endlich mal, dass irgendwas mal schief geht. Ich musste mein Mojito abstellen, um das gut halten zu können. Das ist wirklich verrückt. Das ist wie in Texas. Wie so bescheuerte, schießwürdige Rednecks, die irgendwelche Dosen da... Heute sind wenig auf der Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie morgen die Arbeitsplätze gefüllt sind. Vielleicht ist uns da was... Ja, wie viele hier im Marzahn im Unfallkrankenhaus sich so kleine Metallplättchen aus der Wade holen müssen, weil sie aus Versehen so einen Querschläger da abbekommen haben. Es ist aber dann dieses Surf-Ding, das ist ja so ein Automat gewesen. Also das ist ein Surfbrett, darunter war so eine Mechanik und dann konnte man auf den Knopf drücken, auf drei verschiedene gelb, grün, rot irgendwie und rot hat das ganz besonders doll gewackelt und dann musste man sich da drauf halten. Und dann konnte man sich so draufstehen wie auf dem Surfbrett und wer länger durchhält, hat gewonnen und dann fällt man auf so ein aufblasbares Kissen. Und dann habe ich mich da richtig in meiner, naja, also wiederum entsprechend meiner Persönlichkeitsstörung habe ich mich da draufgestellt. Ach, hast du? Hast du ausprobiert? Ich habe das gemacht, ja. Also ich habe das irgendwie gemacht, weil irgendeiner gesagt hat, du musst jetzt auch mal was machen. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da jetzt drauf. Und dann war unsere Kollegin Mitra mit mir da. Und Mitra ist ja Surferin. Ja. Sehr gute Surferin. Richtig gut. So, und Mitra ist aber auch sehr nett und sehr höflich. Und aber auch eine gute Surferin. Und die hat gesagt, komm, du musst das jetzt mal machen. Ich stelle dir das Ding jetzt hier an. Ich kann dir das nämlich einstellen und du machst das jetzt. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich, laut Mitra, sehr gut darin. Echt? Und die ist ja Surferin und die hat gesagt, sie hätte nicht gedacht, wie gut ich darin bin. Ach. Und dann hat sie gesagt, du bist ja sehr, sehr gut. Und willst du jetzt von uns wissen, ob sie gelogen hat? Nee, will ich nicht. Ach so. Ist mir egal. Und dann hat sie gesagt. Ist Mitra Angestellte deiner Firma? Ja, klar. So, und Mitra hat dann gesagt, dass das sehr, sehr gut war. Außergewöhnlich gut sogar. Ja. Wie ich mich auf diesem Board gehalten habe. Aber die ist ehrlich, die Mitra. Die muss sich da nicht verbiegen. So. Die würde auch sagen, das ist Kacke. Und sie hat dann gesagt, wenn man das so gut kann wie ich, dann muss ich auch mal ein Echt surfen gehen. Oh ja. Und deswegen ist jetzt mein Ziel, ich bin in Portugal schon mal gesurft und habe das aber nicht so gut hingekriegt. Ja. Also den ganzen Tag da rum gemacht. Du willst jetzt surfen? Ich werde vielleicht Surfer nächstes Jahr. Ja, finde ich gut. Vielleicht gehen wir jetzt auf einen Surfer, oder willst du auch mal Surfer sein, Thomas? Nee, nichts mit Pyramiden, nichts mit Surfen. Kannst du mir mal eine Sache sagen, die dich irgendwie interessiert noch, außer deinem Boot und alles? Finde ich jetzt aber auch, außer hier schieslig sein. Du wirst langsam und immer mehr, verabschiedest du dich aus dem aktiven Leben und wenn man dich nicht mit beiden Händen da rauszieht, dann sitzt du nur noch im Ellenring. So, was machst du jetzt, Schmitty? Du musst jetzt mal irgendwas machen, was dich am Leben hält. Ja. Und jetzt nicht jetzt irgendwie diese witzige Antworten wieder und so witzig schlecht gelaunt und sagen, da habe ich keinen Bock drauf, sondern du musst jetzt mal sagen, was du mal Neues machst. Machst jetzt. Machst. Also, mir fällt nichts ein. Hausaufgabe bis nächste Woche, Schmitty. Was ich machen soll? Ja. Was machst du denn? Ja, ich bin Aktivposten. Ja. An der Bar. Bin richtig ein quirliger Hobbytyp. Ja, bei mir, bei dir fällt mir auf, dass du dich früher viel schneller für was interessiert hast und heute heißt es immer erstmal nein. Und dann muss man immer noch 20 Mal fangen. Du weißt auch, dass ich dich in den letzten zwei Jahren, das müssen wir nicht alles hier vertiefen, aber ich habe dich super viele Sachen gefragt, die du mal mit mir machen kannst und bei allen Sachen hast du am Ende gesagt, du willst das nicht. Und ich habe dich richtig viele Sachen gefragt, wo wir in der Freizeit das gemeinsam unternehmen können. Und du hast immer einen guten Grund gefunden zu sagen, du möchtest das nicht machen. Genau wie bei Duell. Liegt es an mir. Ich habe dich zehn Jahre gefragt, ob du das mal machen möchtest und du hast immer gute Gründe gefunden, warum du das nicht willst. Was, Duell? Ja, wenn gedreht wurde. Ja, habe ich doch trotzdem gemeint. Jetzt hör auf, das hier so miteinander zu vermischen. Und ich kann dir nur sagen, nur, also, es gab ja, ich gebe dir recht, es gab Zeiten, da war ich, ähm. Ich will nicht, dass du ein alter Mann wirst vor meinen Augen. Nee, ich will aber auch nicht, nur weil du gerade eine Midlife-Crisis hast, muss ich die nicht haben. Nein. Du holst jetzt deine Jugend nach, machst die Sachen, die man halt abhackt. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Nein, 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 ist doch Quatsch. Jetzt noch surfen lernen, Alter. Ich mache einfach weiter und du hörst auf. Nein, du machst nicht weiter, du hast gar nichts mehr gemacht. Du hast zehn Jahre, da habe ich Highlife gehabt, hast du dich weggesteckt. Wo? Gar nicht, du hast einfach, hast dich verschlossen, du warst ein Einsiedler, Alter. Nee, da habe ich aber trotzdem immer noch neue Sachen gemacht. Nein, da hast du nichts, da bist du mal von rechts an links gegangen. Werde ich doch nicht mit Händen und Füßen, das ist doch was Nettes, was ich hier mache. Nein, das ist überhaupt nicht nett. Nein, ich provoziere dich jetzt, damit du überhaupt mal aufwachst. Du provozierst mich gar nicht. Doch. Nein. Du schreist doch schon. Nenem Moment, wo du für dich beschließt, du willst jetzt mal wieder Abenteuer erleben und irgendwelche Extremsportarten machen und so, soll ich das jetzt auch machen? Dann wäre ich ein alter Mann, weil ich das nicht gemacht habe. Das macht man mit 35, ist man fertig mit der Nummer, da weiß man, was einem gefällt. Ist das ein Extremsport, sich für Pyramiden zu interessieren? Das hat mich am meisten gewundert, dass du dich nicht für Pyramiden interessierst. Das hat mich auch gewundert. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass du Extremsport machen sollst. Ich will doch nicht, dass du jetzt hier Phosphorangler wirst auf deine alten Tage. Ey, der Pyramidenmann hat uns gefragt, ob wir in eine Pyramide klettern wollen. Kein Scheiß. Ja, und haben wir dich da mal? Bist du endlich mal wieder mit dabei? Oder müssen wir dir die Spinnweben abmachen jeden Sonntag? Ich komme mit in die Pyramide, wenn wir da eingeladen werden. Ja, dann gehen wir da hin. Das heißt aber, wir müssen da wegfliegen aus Berlin. Ja, dann fliegen wir da weg aus Berlin. Dann gehen wir nach Ägypten und gehen in diese Katakomben da rein. Genau. Wir gehen in die Katakomben. Wir gucken mal, wer die Freude hat schon. Ich habe mich gerade geärgert, warum Toni Kroos sich nicht gemeldet hat, dass wir zum Klassico fahren dürfen. Und jetzt müssen wir... Ja, der hat gar nichts gemeldet, dass wir da mal kommen. Weil das haben wir in der letzten Folge aufgeworfen als Ausflug, ob wir den mal besuchen. Man sagt, keine anderen Sorgen außer Baywatch Berlin hören, oder? Ja, sicher hört der. Den muss man einfach mal richtig fragen. Man muss einmal anrufen vielleicht und den nicht so verkünden, dass wir da gerne hinwollen in der Öffentlichkeit. Was ist das denn für eine Art? Also, ich würde aber mit zu den Pyramiden kommen. Da gibt es ganz viele gute Hotels in Ägypten. Du musst da mit rein. Du kommst in die Pyramide rein. Ja, ist kein Problem. Würde ich mal... Doch, gucke ich mir an. Weißt du noch, als wir in das Abflussrohr in Moskau geklettert sind? Das war nichts für mich. Da hast du gesagt, du möchtest gar nicht ins Abflussrohr. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Das wird so ein ähnliches Abflussrohr sein, nur halt Tausende von Jahren. Was ist das nicht als geometrischer von den Pharaonen da geplant? Und das hilft dir dann? Weiß ich jetzt noch nicht. Wie ein Rohr ist auch eine ziemlich geometrische Form. Ich komme erst mal mit. Ob ich dann vielleicht lieber in der Lobby einen Kuchen esse und ihr macht das, können wir ja dann noch sehen. Aber ich würde gerne, weil um das jetzt mal in dieser ganzen Schreierei, was du ja gut kannst, ist in diese Schreierei... Dich wehren. Nee, nee, nee. Was du gemacht hast, du hast in dieser Schreierei... Das ist Sachen gerade stellen. Richtig stellen. Nee, du hast im wehrhaften Ton eigentlich eingelenkt. Und das finde ich toll. Du hast währenddessen erkannt, stimmt, wir sollten mal was machen. Und was fällt mir denn ein zum Thema aktiven Leben? Uns hat jemand eingeladen vom, was weiß ich da, Pyramidenverein oder was? Das ist der Chefarchäologe der irgendeinen Instituten. Das ist anscheinend aktuell, der Direktor davon ist ein Deutscher. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von ihm die Einladung ausgesprochen hat oder das direkt von oberster Stelle kommt. Von tut er nicht am Mund persönlich. Aber uns wurde irgendwie so halb angeboten, dass wir da in die Katakomben klettern dürfen und da in Tiana Jones spielen. So, und wer wären wir und auch du, wenn du nicht dann und wir alle gemeinsam sagen würden, das ist eine Reise, die wir mal wirklich machen. Da sind wir nicht hier aus Pfeifes Soundboard wieder verreisen. Nee, mach ich dich. Sondern in echt. Ja, also wenn man in diese Pyramiden reinklettern darf, dann mach ich das. Ja. Das ist ja auch spannend. Was nicht spannend ist, Sachen, die man nicht kann und zu alt ist, um zu lernen, dann jetzt nochmal rauskramen zehn Jahre zu spät und dann sagen, so, das ist jetzt mein neues Hobby. Da bin ich durch mit. Ich hab entschlossen, was ist mein Hobby, was ist kein Hobby. Mir würde es reichen, wenn du sagst, du gehst jetzt einmal die Woche Billard spielen. Ich geh gern Skifahren, ich fahr gern mit meinem Boot rum, ich geh ab und zu mit Jakob mal was fressen und guck mir den FCK an. Das reicht, das hab ich entschlossen. Nee, nee, nee. Doch, doch. Nee, 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 nee. Ich komm irgendwann zu dir reingeschlichen und mach dir mal eine Spritze. Wir haben den ganzen Mist doch durch. Dass du wieder aufwachst. Wie oft sind wir da? Den Mist durch. Wie alt bist du denn, Opa? Den Mist durch. Du, weil du gerade echt in so einen Jungbrunnen fast gefallen bist. Nein, gar nicht. Hör doch mal auf mich los zu gehen. Sei doch mal froh irgendwann. Lass mich doch in Ruhe. Nein, irgendwann wirst du sagen, danke, dass du... Wir haben das wirklich alles durch. Bring mir denjenigen, der die Scheiße alles durchgemacht hat, die wir durchgemacht haben. Was heißt bring mir den? Komm doch mit. Also bring mir den. Du sitzt da und guckst in die Blumen seit Wochen und der Einzige, dem es auffällt, bin offen, war ich. Du bist zu zufrieden auf deiner Scheiß-Terrasse. Was willst du denn mit mir? Er hat doch nie was gemacht. Aber dich kann man besser provozieren. Den Podcast mache ich auch, das reicht mir schon. Er ist auch anstrengend. Ey, ich war bei Peter Fox vorgestern. Super. Und was wirklich schön war, das bringe ich euch jetzt mit. Interessiert ihn nicht. Das bringe ich euch jetzt mit. Draußen. Ey, das war so ein schönes Konzert. Was ich irgendwie schön fand. Der Peter Fox, der hat ja so vor fast 15 Jahren hat er sein erstes Album Stadtaffe rausgebracht. Also als Frontmann von Zied. Und ich erinnere mich noch genau, wie das in dem ja ein gigantischer Erfolg war. Er hat alles gewonnen, alles gewonnen. Ey, wenn da keine Pointe dabei ist, ne? Nein, es ist eine anrührende Tatsache, die ich euch hier präsentiere. Auch mal was fürs Herz. Weil ich bin ein herzenster Mensch, wie will die Herren. Und der Peter Fox hatte einen großen Hit. Haus am See. Kennt jeder, ne? Haus am See. Und das ist eine Geschichte vom Ankommen und eine Geschichte von einer Vision, die man hat für die Zeit des Lebens, wenn man nämlich all diese Thrills hinter sich hat, wenn man in jeder Pyramide mal geklettert ist und überall mal rausgestolpert ist. Dass man praktisch ankommt, die Enkelkinder spielen im Garten. Es ist das Haus am See, wo man zufrieden auf ein Leben zurückblickt und auf der Veranda sitzt. Und dieses Lied hat er selbstverständlich auch gespielt. Und was mich irgendwie berührt hat, war, dass dieser Peter Fox 15 Jahre nach diesem Album gesagt hat, wenn ihm eins klar geworden ist, dass er da ein Lied geschrieben hat über das Ankommen im Leben, aber ihm ist eins klar geworden, im Leben kommt man niemals an. Und das kann er heute nicht mehr spielen, ohne das dazu zu sagen. Das Leben ist kein Ankommen, sondern es ist immer wieder, das übersetzt jetzt meine eigenen Worte, in Phasen und da gibt es hier ein Glück zu ernten und da eine Zufriedenheit, aber es gibt einzig das Ankommen. Und das war eine ganz, ganz schöne Metapher, an die mich hier euer kleiner Gelehrtenstreit erinnert hat. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, ein herrliches, tolles Konzert. Und dann dieses anrührende Lied zu hören, Haus am See und sich vorzustellen, zu wissen, hier handelt es sich um eine Fata Morgana, die es sich nicht lohnt, hinterher zu hecheln, auf sie zuzuarbeiten, weil es sie nicht gibt, sondern dass man lieber mal genießt, wenn man mal kurz angekommen ist, wenn man kurz nicht woanders sein will, wenn man ein kleines, sommerleichtes Sekundenglück erntet, und zufrieden zu sein und zu hoffen, dass bald mal wieder eins kommt. Das war schön. Bitte schön. Danke sehr. Ich habe dich nur Töpfern sehen, während du das gerade erzählt hast. Da habe ich gesehen, wie du dich verhalten hast, als du mal ein bisschen so einen Schritt aus deiner Comfortzone machen solltest beim Töpfern. Hast du dich angestellt wie so ein... Apropos Töpfern. Was auch gar nicht mit Töpfern zu tun hatte, war, Vorband war die Rapperin Paula Hartmann. Und die macht wirklich, ich kenne mich mit Hip-Hop wirklich 0,0 aus, ich will ja auch nicht so tun. Das, was sie da an Musik hat, das gefällt mir irgendwie und ich finde die Texte toll. Und was ich wirklich auch bemerkenswert fand, dass sie einfach sich da hingesetzt hat und den Leuten gesagt hat, 17.000 Leute in einem Open-Air-Konzert hier in Berlin in der Waldbühne, dass sie heute da nicht sitzen würde als Künstlerin, wenn sie sich nicht irgendwo auf der Strecke therapeutische Hilfe geholt hätte. und dass sie dankbar ist dafür, dass sie jemanden an der Seite hat, der sie begleitet auf diesem Weg, der ja auch irgendwie seelisch anstrengend ist. Und sie hat gesagt, das ist so schwer, sich Hilfe zu holen, gerade wenn man sich besonders schlecht fühlt. Und das sagt eine junge, 20-jährige Frau auf einer Bühne und macht das nochmal so normal, dass es Lebenssituationen gibt, aus denen kann man sich nicht selber raushelfen. Und das hat mich auch nochmal richtig berührt. Und da war ich, stolz ist das falsche Wort, aber ich habe mich gefreut für die aus meiner Perspektive als 37-Jähriger gesprochene junge Generation, dass die mit so einem Selbstverständnis aufwächst, dass Bühnenfiguren nicht praktisch Superstars ohne Gefühle, die jetzt die perfekte Show machen, sein müssen, sondern dass die solche Sätze sagen können und dann bekommt sie einen warmherzigen Applaus. Das hat mich richtig gefreut. Also ihr seht, ich bin da richtig mit tollen Gedanken aus diesem Abend. Und mit einem Kater, weil ich habe fünf Bier getrunken. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Das empfinde ich ähnlich, wenn du das so voll liest. Und dazu habe ich sogar eine Checkerfrage im weitesten Sinne. Oh, dann fahrt das Eisen nochmal. Baywatch Berlin Checkerfrage, wir checken das für dich. Moin Klaas, eine junge Frau hat mir hier geschrieben, ich habe heute etwas erlebt und würde das gerne nochmal von euch durchchecken lassen. Ich hatte ein Erstgespräch bei einer Therapeutin. Therapeutin cool, Aussicht auf verhältnismäßig zeitnahe Therapie cool. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist eine fucking straßenschuhfreie Praxis. Oh. Das wusste ich vorher nicht und war sehr überfordert, als plötzlich überall nackte Füße waren. Stell dir bitte vor, die Therapeutin dir gegenüber spielt die ganze Zeit an ihren nackten Füßen rum. Geht es viel schlimmer? Ich selbst habe das Schild in Anführungsstrichen nicht gesehen. Und meine Schuhe selbstverständlich angelassen. Jetzt meine Frage, wie in Zukunft damit umgehen. Ich würde mir selbst raten, da einfach nicht mehr hinzugehen, aber es ist halt leider super schwer, einen Therapieplatz zu bekommen. Da sitzen wir nämlich wieder im Thema. Also erstmal ist es so, man ist natürlich wahnsinnig froh, einen Therapieplatz, eine Therapeutin, einen Therapeuten zu finden. Endlich so in so einem Gesundheitssystem, wo es viel zu wenig gibt. Und dann muss es ja auch irgendwie passen sozusagen. Und man geht da ja nicht hin, weil man das Gefühl hat, einem ist langweilig. Sondern es gibt einen guten Grund und man sollte das machen und sich selber den Gefallen tun und sich und seiner Persönlichkeit diesen Service gönnen sozusagen. Und jetzt passiert sowas. Eigentlich eine profane Sache, aber ich finde, da hört der Spaß auf. Es gibt relativ viele, ich verstehe total das Problem. Ich kann mich total hineinversetzen. Man geht dahin und sagt, oh gut, hier ist gute Stimmung und irgendwie, ich habe auch Lust dazu und endlich kann ich mal irgendwie das besprechen. Und wie du es gerade gesagt hast, da gibt es jemanden, der begleitet einen durchs Leben und das ist wichtig und notwendig. Und dann kommt sowas, Kleines, wie ein nackter, hässlicher Fuß. Das ist wirklich... Dass die da rumpult, da brauchst du eine Therapie nach der Therapie. Das ist dir das große... Also ich finde, das ist eine fantastische Frage. Ich glaube aber, dass auch hier, und sowas lernt man ja auch in der Therapie, ein Perspektivwechsel gut ist. Denn, also das mit dem Fuß würde mich auch verrückt machen. Und es würde mich auch beschäftigen. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin eben gar nicht ein Mensch sein muss wie ein Freund, mit dem man Gemeinsamkeiten ausmacht, mit dem man diese ganze Arbeit macht, um zu überprüfen, ob ich bereit bin, mich jemandem zu öffnen und irgendwie eine Intimität zu teilen. Man sagt, wir haben zum Beispiel dieselben Moralvorstellungen, wir sind einander sympathisch. Und das sind ja eigentlich so Dinge, die man in einer Freundschaft so versucht rauszufinden, um sich auch einander zu öffnen in einer guten Freundschaft. Und ich glaube, gerade in der Therapie geht es um all diese Dinge nämlich nicht, sondern es geht darum, dass man jemanden findet, der einem irgendwie die richtigen Fragen stellt, der gut zuhört und erkennt, wo die Nöte sind und wo die Schwierigkeiten in der Persönlichkeit sind. Und deswegen ist das, glaube ich, egal. Und sich dabei an den Füßen rumpult. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, es gibt, ja, ich probiere das alles so mitzugehen, weil das war auch meine erste, mein erster Gedanke war auch so, dass man dann gesagt hat, genau, es ist vielleicht gar nicht schlecht. Weil das Wichtige ist ja, dass es geht nicht darum, jemanden zu finden, den man sich gut versteht oder der besonders gut die individuelle Geschichte nachvollziehen kann. Weil am Ende ist ja jede psychische Erkrankung ist ja ähnlich und die tauchen ja bei vielen Menschen auf. Du musst gar nicht verstehen, warum jemand im Lebenslauf zu denen Gedanken kommt, sondern die Gedanken, die ähneln sich ja dann. Du brauchst also nicht mal jemanden, der mit dir so in derselben Bubble ist und deswegen dein konkretes Problem versteht. Das ist ja gar nicht entscheidend, ne? Total, total. Genau, und deswegen glaube ich auch, dass man da eben jetzt nicht sein Abbild sucht und Leute, die alles genauso finden. Aber ich finde, es ist nochmal ein spezieller Fall. Ich rede jetzt nicht über jemanden, der zwanghaft orangische Hosen trägt oder einen kuriosen Hut auf hat. Ja, haben wir ja auch viel im Büro. Ja, und wäre mir auch bei einem Therapeut oder einer Therapeutin, mit der ich arbeiten würde, wäre mir das dann auch egal. Selbst wenn er wie beim Schauorchester ungelenkt so einen kleinen Knallenvogel so auf dem Brillenbügel hätte, würde ich auch denken, ob das sein muss. Aber wenn er ein guter Therapeut ist, mir doch egal. Jetzt aber eine barfußfreie, eine ideologiegetriebene Idee ist es, barfußfrei, weil man was? Den Kontakt zur Erde hat oder so? Oder was soll das sonst? Also diese erzieherische Maßnahme zu sagen, wir machen hier alles anders als im Rest der Welt, weil hier ist eine Stimmung wie auf Bali, ist das entweder so ein Energiescheiß, also sorry, aber da glaube ich nicht dran, dass man irgendwie so... Aber vielleicht soll man irgendwie so den Boden mal fühlen und sich wahrnehmen und nicht gedämpft durch so einen Sneaker... Vielleicht auch nur bei einer WG-Party, da müssen die Schuhe ausmachen, weil vielleicht der Teppichboden neu ist. Nein, eine barfußbreie Praxis, das hat nichts damit zu tun, dass sie sich da die Putzfrau nicht leisten wollen. Meinst du? Also ich würde da abhauen. Ich würde also... Das ist so... Sie soll es ansprechen. Und vielleicht ist das... Die haben doch das Vorbilder... Wie soll die denn ansprechen? Mach mal ein Beispiel. Ja, das ist ja das Tolle in der Therapie. Da kannst du einfach sagen, genau was du denkst, ungeschöner. Da sagst du, ich bin eigentlich hier einverstanden mit der Art und Weise, wie wir miteinander reden, aber ich fremde sehr mit dem Konzept der barfußfreien Praxis. Was soll das? Ich bin auch abgelenkt, weil ich die ganze Zeit auf ihre Füße schaue. Das ist für mein Lebenskonzept etwas sehr unkonventionelles. Du würdest sagen, ich schaue die ganze Zeit auf ihre Füße. Es lenkt mich davon ab, über meine Themen zu sprechen. Das würde ich so sagen. Ich weiß, okay, aber ich glaube, vielleicht kann man sich diesen rhetorischen Zwischenschritt nämlich sparen, weil die natürlich eine wie aus der Pistole geschossene Antwort darauf hat, weil die das natürlich weiß. Die will ja darüber reden. Deswegen ist das ja so hervorgehalten und hängt da überall an der Wand und sind barfuß Fotos oder irgendwas hängen da an der Wand, weil das ja, die wartet ja nur darauf. Es gibt ja Leute, die wollen angesprochen werden darauf, damit dann endlich ihr Statement und ihre Weltsicht hervorgetragen durch das Medium des barfußig Seins, wollen sie ihre Weltsicht hier eigentlich nur aufdrücken. Und da frage ich mich, ist das die richtige Veranstaltung, sowas in einer Therapieeinrichtung, wo man doch sagt, vielleicht hat deine Weltsicht zum Thema barfuß sein, nimmt hier vielleicht zu viel Platz ein. Weil darum kann es doch gar nicht gehen. Ich glaube, dass es vielleicht gut ist, hier in diesem Podcast, wir sind zu dritt, wenn ihr sagt, die kann gerne in eine andere Praxis gehen, weil das ist nicht zu tolerieren, die Barfüßigkeit. Aber man kann nicht einfach in eine andere Praxis, weil es ist super schwer, Therapieplätze zu bekommen. Aber ich will trotzdem nochmal davor warnen, gerade wenn man so eine Therapie anfängt, da hat man hundert Gründe, da nicht mehr hinzugehen und das Gehirn ist richtig kreativ. Und vielleicht ist, also ich verstehe den Grund Barfüßigkeit schon auch irgendwie, ja, der lässt sich nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, sie soll das ansprechen. Ja, sie muss, glaube ich, die muss aufgrund der verzwickten Situation, wenn man jetzt fünf Therapieeinrichtungen nebeneinander hätte und man kann sich die aussuchen, dann geht man halt zunächst und macht es sich einfach. Das geht so nicht. Das heißt, ich würde jetzt auch sagen, man muss es ansprechen mit der vagen Hoffnung darauf, dass es eben nicht so ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Dass es nicht so ist, dass, vielleicht sagt sie auch einfach, ach so, nee, dann ziehen wir halt die Schuhe an. Oder ist es so ein psychischer Trick zur Provokation, um zu gucken, ob sie das anspricht. Ja, aber was ist das denn? Muss man sehen, ist das so eine Art Casting, ob man da irgendwie resilient genug ist oder was? Was soll denn das? Kann ich jetzt meinen Schuh mal ausziehen zum Beispiel? Du lässt den Schuh an. Weil ich finde es heute hier sehr heiß. Du bist zu stolz auf deine Füße und ich will, dass du deine Schuhe anlässt. Du warst letztens bei mir am Wochenende und da war eine Situation, wo das vollkommen in Ordnung war, barfuß rumzulaufen. Und da habe ich sogar gedacht, ach, die sind okay, Füße habe ich gedacht. Aber wenn du das jetzt hier machst, sehe ich das als Eingriff, als Übertritt in meine Intimsphäre. Und in der hast du nichts zu suchen. Und ich muss dir aber gar kein Statement abgeben. Nee, musst du nicht. Okay. Ne, genau. Zum Thema barfuß fällt dir auch nichts mehr ein jetzt. Da wurde alles... Ich habe aber jetzt ehrlicherweise, wenn ich da ernsthaft drüber nachdenke... Du könntest ja meine Meinung ausprobieren. Nein, ich glaube, ich muss mir zugestehen, ich würde den Therapieplatz behalten und es ignorieren. Immer schön meine Socken anhaben, mich da ein bisschen ärgern und hoffen, dass ich mich da dran gewöhne und in die Augen gucken. Vielleicht ist das auch das Ding, dass man die Leute zwingt, in die Augen zu schauen. Man muss ja nicht auf die Füße gucken. Das ist auch so, dass man sagt, guckt die Leute an. Dass man nicht verstohlen, nestelnd irgendwie so auf den Boden guckt, weil da ist widerlich. Man muss ihr, der Therapeutin, wahrscheinlich auch zugutehalten, dass sie nicht mehr im Traum sich vorstellen kann, dass irgendwo hier drei Herren in ihrem Raum sitzen und so Probleme damit haben, dass sie mal kurz an ihren Füßen knabbert. Achso, du meinst einfach, dass sie knabbert. Die denkt da nicht mal an. Das ist auch kein Statement und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein AfD-Reflex von wegen, sprich mich drauf an, dann hau ich dir mal ein Statement um die Ohren. Sondern es ist einfach nur, die denkt sich da nichts dabei, die will es gemütlich haben und der Teppich soll reinbleiben. Die ist einfach so Duftkerze und so ist es. Nicht mal das wahrscheinlich. Einfach nur, zieht doch die Schuhe aus. Wir haben doch hier ein intimes Verhältnis. Also ich hätte gerne dazu, falls es geht, ein Follow-up, wie das jetzt weiterging mit dem Thema, weil wir jetzt viele verschiedene Möglichkeiten und auch viele Behauptungen aufgestellt haben, wie es vielleicht sein könnte. Mich würde es jetzt auch privat einfach interessieren, wie es denn nun wirklich ist und wer da eigentlich wen therapiert. Was macht ihr noch heute? Fitting. Was ist das? Was das ist? Wieder Extremsport, oder? Für die Crossfitting. Nein, Fitting ist Klamotten anprobieren. Vielleicht in Berlin? Ja, weiß ich nicht. Gibt es dafür Geld? Für neue Buchsen? Wie Geld? Dann kriegst du dafür Geld, wirst du dafür bezahlt. Nein, dass ich die Klamotten nicht im Fernsehen anziehe. Du meinst, ich krieg Geld dafür, dass unsere geschätzten Damen vom Kostüm, die dafür verantwortlich sind, dass ich nicht so aussehe im Fernsehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Gott sei Dank hast du da Franzi und Sophia, dass die dir da Sachen rauslegen. Ja, dass ich nicht so komme und in der Jogginghose, wie ich jetzt hier vor euch sitze. Weil die gucken immer, was ist cool und dann kriegst du rausgelegt. Dann legen die mir eine Flotte 501 raus und die soll ich dann anziehen. Ja. Genau, und die ziehen mir praktisch morgens die C&A-Klamotten aus und dann krieg ich neue Sachen an und die müssen zwischendurch mal gecheckt werden, ob die mir auch passen. Ja. Und wenn wir dann irgendwie nächste über, nächste, was ich war, im Studio stehen, dann hab ich schon Sachen, die mir bereits passen, wenn ich nicht in den zwei Wochen davor noch, wie man sagt, reingehauen habe. Und das mach ich jetzt. Und was machst du jetzt noch? Gehst du wieder zurück in deinen Garten oder was? Sollen wir dich nochmal rausschieben oder reicht dir das halt wieder frisch? Nee, ich muss heute noch, das ist noch viel zu tun. Jetzt weniger auf der Arbeit, dann will ich euch nichts vormachen. Ja. Aber meine Eltern kommen zu Besuch. Oh nee. Und das heißt... Also schön, aber Arbeit. Sehr schön, nur schön. Und das ist so ein bisschen Vorbereitungsarbeit. Ja. Erzähl doch mal, was musst du denn da genau eigentlich machen? Na, da muss man mal so durchfeudeln. Hast du einen Schrank, wo du was reinstopfen kannst? Die Echsen wegsperren. Hast du schon vorgeraucht? All das, all das. Vorgeraucht. Ja. Die Gardinen in die Reinigung. Ja. Kühlschrank voll machen. Und mir ein Entertainment-Programm überlegen. Ja. Ey, ihr könnt Schrott angeln. Nein, meine Eltern wollen ein Boot fahren. Ja, wieso hast du noch ein Boot? Ist da alles geregelt? Hab ich ja, das ist alles super. Jetzt macht aber das Wetter schlapp. Jetzt hab ich Angst, dass es da Blitz und Donner hat, wenn die kommen. Ja, dann brauchst du nur eine Aktivität. Ey, vielleicht rufe ich an, wenn ich im KDW bin nach einem Herder-Spiel, dann könnt ihr da auch hinkommen. Wann? Samstag, ne? Ja. Meinst du, da gibt's was zu feiern? Ne, für mich gibt's zu vergessen und vielleicht kannst du dich was zu feiern. Ja, dann könnt ihr euch da in der sechsten Etage treffen. Ja, Seafood Tower und Kuchen, ne? Mhm. Halt Samstag, was man so macht. Erinnere ich mich immer noch gerne an Udo Walz, der immer wieder Langeweile hatte und wenn ihm das jetzt alles zu langweilig war in seinem Leben, hat er immer gesagt, ich fahre nachher noch ins KDW, fahre ein bisschen Rolltreppen und lass mich erkennen. Dann kam er ins Gespräch mit den Leuten, hat er kein Geheimnis draus gemacht. Lass mich Erkenntnis sehen. Der war wirklich, der war so scharf drauf und so schamlos gerne prominent. Also ich komme wirklich gerne für den Kuchen und ja, nicht fürs Gespräch. Ja, und was möchtest du? Was musst du noch machen heute? Ne, was musst du heute noch machen? Dies, das, Ananas. Toll, ich habe wirklich noch einen echten Call mit ProSieben, erstaunst du. Ja. Ja. Der war ja gestern eigentlich angesetzt, ne? Ja, da musste ich mich entschuldigen lassen, wegen besoffen. Da warst du besoffen. Ich habe geschrieben, ich kann dich leider nicht mehr anrufen, ich glaube, dass ich keine hilfreichen Lösungen mehr anbieten kann. Fand ich eine gute Formulierung. Hilfreiche Lösungen. Ja, das stimmt. Ich rufe morgen an. Ja, genau. Okay, Leute, das war's. Alles Liebe, alles Gute, danke, Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.